Wir haben es, Leute. Platzende Glühbirne, Protagonist, Rede zu viel, Folterthematik, Fahrstuhl, Verfolgungsjagd, Kinder, Gore, sieben Jumpscares, Asylum-Krankenhaus, äh, schrägschichtige Krankenhaus, Stealth-Gameplay, am Ende stirbt man, Kultthematik, man fährt Auto, actually gutes Spiel, altes Radio spielt Musik, schlechtes Voice-Acting, Schlüssel suchen, Telefon klingelt, großes Auge, Stromausfall, TV ist an, äh, Puppen coming before, AI-Kram, äh, andere Lichtquelle als Taschenlampe, Achievement-Spam. Okay. Das klingt auch ganz gut, oder? Lass eine Gamba starten für zwei Reihen. Also eine Reihe wäre so, oder halt so, oder halt so. Und wir wollen zwei Reihen schaffen. Okay? Äh, wer möchte der Jumpscare-Beauftragte sein? Wer ist, äh, heute den ganzen Stream über da? Nee, Escape gilt um 22 Uhr schlafen. Chlorpoi ist immer da. Chlorpoi, du bist der Jumpscare-Beauftragte, okay? Chlorpoi, du bist jetzt der Jumpscare-Beauftragte. So. Äh, okay. Also wir machen das so wie beim letzten Mal-Chat. Äh, wenn wir ein Spiel durchhaben, oder ich jetzt abbreche, weil's scheiße langweilig ist, ähm, dann, dann gucken wir auf die Liste. Und dann markieren wir, ne? Nicht im Game oder so, sondern immer, wenn wir mit dem Spiel fertig sind, dann gehen wir durch, ob wir irgendwas davon hatten, und markieren, ne? Wir können euch gerne Notizen machen, damit wir nichts vergessen oder so, wenn mal ein Spiel kommt, was ein bisschen länger ist. Äh, aber ja. Könnt ihr euch schnell einen Screenshot machen oder so, oder mit dem Handy kurz fotografieren, damit ihr die jetzt immer parat habt. Und nicht immer raussuchen müsst. Weil ich blende die jetzt nirgendwo ein, weil das wäre ein bisschen doof, wenn wir jetzt wirklich ein gutes Spiel finden, was richtig atmosphärisch ist. Wäre das dann lästig, wenn wir die ganze Zeit irgendwo eine Einblendung haben von diesen ganzen Feldern und so. Wird die Atmosphäre killen. Okay. Ich hoffe, ihr habt ein Foto alle gemacht. Ähm, fangen wir an. Oh, shit. Fangen wir an mit dem ersten Spiel. Ähm. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Okay, nehmen das hier. Ah, ist die, sucht die. Dankeschön. Für sechs Monate. Nee, verschenkt. Dankeschön für Gifted Zap. Das ist ein Spiel, das habe ich schon länger gekauft, Chat. Aber das ist irgendwie in, in, irgendwie in Vergessenheit geraten. Ich habe es gekauft, aber wir haben es irgendwie nicht gespielt. Ich weiß nicht, wieso. Es war wieder so ein Stream mit ganz vielen Horrorspielen und irgendwie haben wir es nicht gespielt. Und jetzt holen wir es nach. Äh, warte, die Gamba. Ich habe die Gamba vergessen zu starten, Leute. Sorry. Ähm, Gamba für zwei Reihen, ne? Schaffen wir zwei Reihen. So, ich gebe euch fünf Minuten Zeit. Wird ja eine größere Gamba sein. Okay. The Dyer. Chapters gibt es sogar. Okay. Mansion Basement Field. Aha. Okay. Die einzige Einstellung ist Lautstärke. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das rausgesucht habe, Chad. Weil, wie gesagt, ich habe es irgendwie rausgesucht, gekauft, runtergeladen und vergessen zu spielen. Äh, die Gamba ist natürlich für den ganzen Abend gedacht. Nicht für ein Spiel, für alle Spiele. Zusammen. Take your equipment. Das hier? Das ist doch sowas von AI-Art, oder? Das sieht sowas von noch AI-Kunst aus. Das sieht so typisch AI aus. Annie, seriously, get yourself a new phone. I'm fed up with writing these stupid notes. Besides, we live 50 meters from each other. We could use those cup and string phones. Sure, I'll take your urbexing, but I'm not sure about the timing. School's been really stressing me out lately. Can we talk out it tomorrow? Okay. Was haben die gerade am Anfang gesagt, Chad? Also, was hat die gesagt? Ich war gerade so in der Gamba. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was sie gesagt hatte am Anfang, die Person. Habt ihr aufgepasst, was die gesagt hatte? Hey, Dean, I was thinking maybe you could take me on the next urbex. I've read a bit about the mansion in Clover Springs. Maybe I could be of help. But seriously, I have absolutely nothing to do for the next month. And remember, you promised over and out. Was heißt urbex, Chad? Was heißt urbex? urbexing. Das klingt wie als würden die, ist das vielleicht ein Begriff für, wenn man irgendwie Lost Places besuchen geht oder so? Daily News, Breaking News. Weil wir gehen ja jetzt irgendwie in eine Mansion. Urban Exploration Often Shortened as UE Is the Exploration of Man-Made Structures Usually Abandoned Ruins Oh, okay, okay. Dann hab ich's richtig verstanden, ja. Okay, was haben wir noch für ein Equipment? Wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt. Urbexing. Ich dachte, der Begriff dafür ist Wahnsinn. Nur wahnsinnige Leute machen das. Okay, ich hab da noch irgendwas eingepackt. Ich hab keine, was ich eingepackt habe. Aber wir können jetzt gehen. Wann machst du Urbex-Stream? Ich würde generell gerne öfters draußen streamen. Also was heißt öfters generell mal draußen streamen. Aber wie gesagt, mit Setup ist ein bisschen schwierig. Mann fährt Auto, Chat. Okay, gut, hat man ja schon im Hauptmenü gesehen, ne? Bisschen noch als Papa Platte deine Idee geklaut hatte. Jesus. Okay, es hat angefangen. Ne, ne, das war kein Jump-Scare. Wir sind schade, die Todes der Dianne Reed, die einzige Dach der Reed-Familie. Ihr Körper wurde in der Kühlschrank der Maschine, um 8 Uhr dieses Morgen. Okay. The rest of the family was getting ready for breakfast at the time. Her body was found by her father, after which he immediately notified emergency services. An autopsy later showed that Diane had been dead for at least a few hours. It was ruled a suicide. Okay. It is believed she used an old towel the family kept in the kitchen to suffocate herself. The reasoning behind her suicide is, as of yet, unclear. She was so young and innocent, always happy, always smiling. I can't believe this. Life seems to hurt the most innocent souls, said one neighbor of the family after the tragedy. Our hearts go out to the Reed family during these difficult times. Okay. And we're going to go now. No, it's not a bad voice acting. It's going to be clear. Robert Wright of Clover Springs was reported last night. He left his high school friends house three days ago, when he was alleged to have crossed the plant field near route 96. Since then all traces of him were lost, making him the third high schooler missing in two weeks in Clover Springs. Clover High School has temporarily closed its doors. The police advise citizens not to leave their houses after dark and to be careful. Yo guys, it's Dean, back again with another video. Sorry for the long break. I didn't have time to report anything. You know, family problems, school, you know. But we are back with a big one. I really had to dig to get these recordings. But let's quit the chit-chat and get down to business. Clover Springs, quiet town in Washington, green grass, that's probably a camera, the I got out of the night. In there, Reed's perfect family, respect to the family. And then hochlädt, yeah. That's a vlogger. I don't think it really will be a vlogger, but it's a geister YouTube channel or so. Die Kinder, die resten der Reeds-Familie, der Vater, Mutter und Sohn, einfach verliebt. Kein Tränen. Nach einem Jahr, die Stadt ist quasi abandone. All geblieben. Ich bin online und habe diese interessante Theorie, in der die Dianne des Vater, die Verantwortung für diese Missing Teenagels. Einige Säten sagen, dass Dianne sehr stark in der Schule war. Und das wäre der Grund, warum sie... So der Vater, in der Revenge, chose diese Teenagels, hat sie irgendwo, und dann fließt zu Cuba. Ich weiß nicht, es ist nur eine Theorie. Es gibt keine Informationen über die Reeds, übrigens. Especially über die Frau. Sie muss nicht die Haus haben, oder was? Well, jetzt der Haus ist eine Dope Urbex-Familie. Und wahrscheinlich ein Satanic-Bullshit-Familie. Aber das ist jede Abandone-Familie. Und auch jede Forst. Und was er herausgefunden hat, war fast schrecklich. Wee, was ist ein Dereere? Äh, bei der Wege, gerade vorhin wurde eine Frage gestellt, bezüglich dem Horrorspiel mit dem russischen, ähm, äh, Protagonisten. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel mal heißt, aber ich glaube, das ist noch nicht draußen. Also ich musste die Auto ein bisschen weiter weg fahren. Und lass mich euch sagen, diese Tren sind kreppig. Es fühlt sich, wie sie mich ansehen. Okay, also der Look sieht schon mal ganz, äh, der Look sieht schon mal ganz cool aus, oder? Der sieht schon nice aus. Okay, let's take a look inside. Die Soundeffekte sind ein bisschen laut. Haha, haha, haha. Hier sind wir. Wow, das Ort ist fast nicht in der Nähe. Die Furniture ist all messed up, und die Wunders sind nah, aber, außer denn das, das ist gut. Der Mansion wurde in den 1930s, und es scheint, dass drei verschiedene Familien hier leben. Haben wir eine Waffe dabei? Das ist ja Sissi! Sie haben keine Details erinnern, als ob sie eine Art kollektive Amnesie haben. Man, irgendwo kann ich klicken. Okay, ne, kann ich nicht. Irgendwie ist da ein Auge, aber ich kann nicht interagieren. Vielleicht war das Interagieren, dass er darüber redet. Kann er seinen Maul halten? Hallo, das ist ein Vlog. Das ist wie, wenn du in den Stream kommen würdest und sagen würdest, kannst du bitte aufhören zu reden im Stream? Er muss ja reden. Er muss die Massen unterhalten. Nein, ich werde nicht aufhören zu reden. Also unsere einzigen Feinde, die wir haben, sind Obdachlose. Okay, hier geht's. In a heartwarming turn of events, three missing teenagers have been found safe and sound in the quaintown of Clover Springs. Their disappearance had gripped the community in fear and uncertainty. But the recent discovery has brought immense relief to both families and residents. Emily Jason, Robert Bright and Lucy Smith had been missing for nearly a month before authorities located them in a small cabin inside the Clover Springs forest. Authorities are now working to reunite the teenagers with their families, facilitating a safe return home. While the reasons behind their disappearance remain private, the emphasis now is on supporting the teenagers as they navigate the aftermath of their ordeal. Okay. Okay, also die Teenager wurden auf jeden Fall gefunden. Ich gehe mal kurz zurück und gucke mal, ob ich das anklicken kann. Ah, jetzt geht's doch. Ich wollte dich nicht aufwachen, also ich lasse diese Noten. Bitte füge Remy. Unfortunately, ich konnte es nicht, weil meine Transporte gekommen ist früher, als erwähnt. Ich werde zurück von der Geschäftsruppe in einer Woche. Also, steig ruhig. P.S. Wenn Dianne die Kondition verbessert, bitte inform den Doktor sofort. Okay, also mit Dianne lief schon wohl längere Zeit wohl das nicht mehr ganz so gut, bevor sie sich selbst umgebracht hat. Okay. Okay. Okay, die ist in der 11. Klasse gewesen. Okay, ich dachte, das ist ein bisschen jünger gewesen, aber okay. Clover Springs High School. Regrettably, Dianne has been experiencing persistent bullying from classmates, impacting her emotional and psychological well-being. This situation is unacceptable, and I believe it is crucial to promptly address it to ensure a safe and supportive learning environment for all students. I kindly request that the school administration conducts a thorough investigation into these allegations and takes appropriate measures to address and rectify the situation. Thank you for your understanding and cooperation. Okay. Also, es scheint bisher alles, äh, gibt bisher alles einen positiven, positiven Vibe. Also jetzt nicht, dass die Story jetzt positiv klingt, äh, aber dass das Spiel kein kompletter Reinfall sein wird. Ja, ich bin bisher recht, bin bisher positiv gestimmt. Hier hat sie sich umgebracht. Aber man muss auch sagen, ich bin auch mega mies der Fan von Mobbing, also ja. Ist geil, man. Ist einfach geil. Okay, da kommen wir nicht durch. Hab ich das hier gelesen? Okay. Okay. Ähm. Hä-ähem. Ähm. Ich fände ihren Kollegen von Mobbing. ein bisschen in die rolle schlüpfen chat hey guys i'm inside this mansion somewhere in this mansion is a ghost we need to be careful okay so the brother was a ventriloquist and that's probably his doll he's still in a good condition so alles mitgenommen die puppe ist noch hier today late at night as i was going downstairs to the bathroom i saw diane she was standing in the corner of the dining room right next to the fireplace staring blankly into space her eyes were completely different wide open focused on something i'm not sure but i felt like i saw her twitching or chat wisst ihr vielleicht in welche richtung das gehen wird diese drei teenager es wird ja gerade hier assumed in der story dass diese drei teenager verschwunden sind dass vielleicht der vater irgendwas den an mit denen angestellt hat der vater von der verstorbenen hier weil er wahrscheinlich die schuldige gegeben hatte wegen mobbing und so dass sie sich umgebracht hat wegen mobbing und der denn die schuld irgendwie gegeben hat und deshalb die mir gekippt hat oder sonst was ihn bestrafen wollte quasi aber was ist wenn sie zu viert irgendein ritual durchzogen haben die haben bestimmt wie zu viert ein ritual durchgezogen und dabei ist da irgendwie gestorben oder nie viel besser chat viel besser diane hat versucht die anderen zu bestrafen indem sie ihnen den dämon herauf beschworen hat und dabei ist sie dann halt hat sie den dämon in sich gelassen ist dabei umgekommen der kopf kein schlüssel der kopf kein schlüssel diane ist dabei gestorben wegen weil dieser dämon sie umgebracht hat und die anderen mussten dann irgendwie waren dann irgendwie im schattenreich oder so zu tun dear diary today the doctor told me that i'll be taking a break from school supposedly nothing too serious but with my tendency to faint it would be dangerous to stay in school i'm not sad about it at all i never kill killed never never liked school i've noticed that i have huge difficulties in making connections my classmates don't like me and i can't seem to make them like me maybe during this extent extent and break they will find them so they will find me to be self missing my presence and when i return maybe i will find some friends wait ok ich glaube so funktioniert das nicht mit dem mobbing ich glaube so kann man mobbing nicht besiegen wenn ich ganz lange zu hause ganz lange zu hause bleibe dann mögen die mich schlüssel i'm writing regarding my daughter diane her health has a deteriorator d d d four reo rated significantly and at times i can barely recognize her i also got get the impression Ich muss mal auf die andere Seite gehen, ne? Ja, die hat doch safe einen Dämon heraufbeschworen, Leute. Die war im Krankenhaus und da hat sie einen Typen getroffen oder so, der gesagt hat, hast du da so ein paar Probleme mit ein paar Kids? Ich hab da so ein Buch. Das fängt mit N an und endet mit Ocronomikum. Necronomikum. Ja, ihr wisst schon. The doctor was here and examined her and he said that the illness is not spreading at all, quite the opposite. It's starting to recede. I don't know what to believe anymore. I could swear that while the doctor was writing the prescription, Diane smiled at me. But it wasn't an ordinary smile. I didn't see my daughter's usual warmth in that smile. It was full of satisfaction and anger as if she had outsmarted me. Die war ja komplett besessen. Holy shit. I have a conjuring thing here. Something with her spine. With her spine. Deformed. The pain was so intense, her parents were locking her up in a room, just to muffler scream. Ja, okay, die war ja komplett besessen. Ja, das ist klassisches, klassische, wann war die ganzen Exorcismus, äh, Exorcismus, äh, Exorcismus-Thema so groß in Amerika? War es irgendwie 80er oder so? War es so ein großes Thema? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so in die Richtung gehen. Hier leerer Raum. Kein Code auch nicht, okay. Sie war desperate, Freunde zu haben, hat sich ihre Freunde mit einem Buch besporen. Die Geister, sie hat sie... Das ist die Mädelsruhe. Die hat sich die Geister gerufen, die ihre Freunde sind. Aber die waren gar keine Freunde. Ich kann es nicht lesen. Ja, hier scheint nichts zu geben, auch kein Code oder sowas. Weil ich glaube, wir sind jetzt durch, durch das ganze Haus. Ach so. Ich bin durch das ganze Haus durch, ich habe keine, keine Codes gefunden. Und hier komme ich nicht rein. Und, wir haben Glück, es gibt hier keine Obdachlosen mit Crowbars, die auf mich einschlagen. Es hat wirklich wortwörtlich Fake Friends. Ja, ich muss irgendwo einen Code finden. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Kann ich da gerade was machen? Den haben wir gelesen, ne? Ja. Aber ich mag das Spiel bisher. Das ist cool. Nice Atmosphäre. Oder hätte ich jetzt aus den ganzen Dingern, die wir gefunden haben, einen Code rauslesen müssen? Ich denke mal, ich habe irgendwo so eine Schublade, irgendwie so einen Schrank übersehen. Ich habe bisher gar nichts geöffnet. Das ist immer so ein bisschen, wenn man ein Spiel hat, ohne Cursor, dann ist es immer so ein bisschen Hit or Mist, ne? Wenn du schon ein Spiel machst, wo du kein Cursor hast, dann musst du irgendwie die Hitboxen für Items größer machen. Aber wenn du sie größer machst, dann läufst du wahrscheinlich Gefahr, dass wenn irgendwie zwei Items nebeneinander liegen, dass du dann aus Versehen immer die falschen Items oder so anklickst, ne? Oh, die hätten das richtig auch smarten können, Chat. Diese Kameralinse ist ja voll dreckig. Sie hätten da irgendeinen Dreck machen können, der quasi wie der Cursor fungiert. Das wäre richtig smart, oder? Na, gehen wir nochmal in die Richtung. Also beim Bruder im Zimmer war halt gar nichts und hier halt gar nichts. Deshalb, vielleicht habe ich wirklich was übersehen. Hier. Den kann man, glaube ich, nicht öffnen, oder ich stehe in einem falschen Winkel. Ich glaube, der geht nicht auf. Da ist das Buch, das Necronomikum. Achso, ich habe, ich dachte, ich habe eine Katzchen gestartet. Ich habe aber die Taschenlampe ausgemacht. Ne, ich kann damit nicht interagieren. Aber das ist im Zimmer vom Bruder. Im Zimmer vom Bruder ist so ein Buch. Oder der Bruder hat vielleicht versucht, sie zu heilen. Er hat gecheckt, dass sie besessen ist und hat dann so ein Buch gekauft, so ein Magierbuch, womit er versucht hat, sie zu, zu befreien. Tja, nun wären wir hier, Chat. Die typische Horrorspiel-Erfahrung im Stream hier, ne? Ich habe alles durchsucht und mir fehlt was. Ne, hier war ich noch gar nicht drin. Hier in einem Esszimmer war ich noch gar nicht drin, oder? Ne, doch, hier war ich drin. Oder? Ne, hier war ich. Es ist immer das beste, der beste Moment in einem Horror-Game. Liebs. Aber bin ich der Einzige? Bin ich wirklich so unfähig? Oder ist das bei Chat, wenn ihr andere Streamer schaut und die spielen auch ein Horrorspiel? Ist das bei denen auch so? Oder ist das nur bei mir so? Chloropromazine Prescription. Was ist das, Chat? Was ist eine Chloropromazine? Was ist da in der Badewanne? Äh, Wasser. Wir gehen hier doch nicht fremd. Ihr dürft gerne auch andere Streamer schauen. Ich erlaub's euch. Solange ihr am Ende des Tages euren Sub hier lasst. Ist halt Wasser. Dreckiges Dreckswasser. Ich schaue nur einen YouTuber, der Horror-Game spielt. Der cuttet das raus. Schwach von ihm. Einfach die langweiligen Parts rausschneiden. Chat! Wir haben ein Problem. Irgendwie ist das hier in der Ecke Hallender. Wo ist der scheiß Code? Oder der Schlüssel? Man hat aber Geld für mehrere Subs. Ja, du kannst ja Sub giften. Aber wenn ich noch einen Streamer schaue, muss ich mich noch einmal an einem Chat herantasten. Ja gut, das stimmt. Aber man muss ja nicht unbedingt mit Chat schauen. Die meisten Streamer, die ich schaue, schaue ich auch ohne Chat. Weil ich mich nicht traue. Wofür bräuchten wir einen Code? Wir haben ein Zahlenschloss oben. Wir haben oben ein Zahlenschloss und eine normale Tür mit einem Schlüssel. Also entweder brauchen wir einen Schlüssel oder einen Zahlencode. Eins von beiden. Und ich finde beides nicht. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Ich sehe es, komm, es war irgendwo Chat, konnte ich was anklicken. Aber ich bin nicht genau perfekt mit der Maus da drauf gelandet. Und mir wurde halt kein Symbol angezeigt, dass ich damit interagieren kann. Und hier brauchen wir einen Code. Find Code. The clock started ticking down stairs. Go check it. Oh, Leute. Es ist der klassische Fehler. Von Opfer Videospielentwicklern. Ich musste die Tür einmal anklicken. Damit eine Flag getriggert wird. Ich stand vor der Tür. Und der Charakter hat selbst gesagt. Oh, für diese Tür brauche ich einen Code. Deshalb habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Jetzt habe ich die Tür angeklickt. Es kam so ein komisches Geräusch. So ein Bum. Und? Wir haben eine neue Aufgabe. Ist das hier neu? Either the doctor made a mistake or he lied. Lied right to my face. I'll stop heeding his advice. Diane was never been so deformed. Her bones protrude from beneath her nightshirt and contoured into unnatural shapes. She doesn't move all day. Her face has undergone a complete transformation, twisted in a grimace of pain, appearing as if horribly aged and her eyes, black raven-like eyes, empty yet where we present. They stare into the corner of her room for hours. Es hat wirklich hier Emily Rose shit, alter. 3, 2 und die anderen Zahlen sind unbekannt. Chat, die Obdachlosen kommen. Chat, die Obdachlosen kommen. Hey, Siebel, Dankeschön. Kommt das von oben? Oder kam das von hier? Das seht ihr gar nicht, ne? Der Code ist da. Wir haben einen Teil des Codes, Chat. Ich glaub, das Stampfen kommt von oben. Ähm. Ich glaub, ich hab da oben was gehört. Ich weiß, es ist gefährlich. Meine Freunde haben mir gesagt, dass hier ab und zu Obdachlose mit Brechstangen rumlaufen. Aber ich muss das filmen, Mann. Ich will wissen, was hier wirklich passiert ist. Ich glaub, ich seh auch da hinten. Jesus, you scared me. Yeah, yeah, I'm fine. What's up? Oh, shit. I understand. Just, I'll do it as soon as I get back to the car. I understand. I... Mann, Johnny hat schon wieder angerufen. Er hat gesagt, ich soll schnell hier abhauen, die Cops kommen. Aber ich will unbedingt den Fall lösen. Mir fehlen nur noch zwei Zahlen. Johnny muss kurz warten. Die Tür ist bereits offen. Jemand hat sie aufgebrochen. Das ist die falsche Tür. Ich bin dumm. Das ist die falsche Tür. Johnny? Ja, okay. Wir haben den Code. Schnell. Was verbirgt sich hinter dieser verschlossenen Tür? Hat hier Clint die Kinder versteckt? Hat hier Clint die Kinder eingesperrt? 3, 2, 2, 5. Muss ich von oben machen? Schön crispy die Geräusche. Ah, okay. Von der anderen Seite. War eine Kindpuppe? Da sind meine Kinds. Verdammt, wieso hat mir Johnny nicht gesagt, dass hier überall Puppen stehen? Er weiß doch, dass Puppen meine Schwäche sind. Aber Guys, für euch nehme ich das hier auf. Da ist eine Brechstange. Wo sind die Obdachlosen? Wenn ich jetzt die Brechstange nehme, dann wirke ich wie ein Obdachloser. Jetzt bin ich einer von ihnen. Die Elektrizität scheint in diesen Häusern zu arbeiten. Gilde beigetreten. Die Puppe ist weg! Der Geist, das ist laut. Lenny, danke schön für 32 Monate. Wir hatten gerade irgendwo eine Tür mit so Brettern vor. War die im Erdgeschoss? Oder war die irgendwo hier oben? Die war im Erdgeschoss, ne? Hier. Need Crowbar. Glühbirne geplatzt. Wie? Need Crowbar? Was ist mit meiner Crowbar jetzt passiert? Wo wurde jetzt gerade meine Crowbar geplatzt? Das war eine Glaskrobar. Och, du Scheiße. Haben die hier das Kind eingesperrt? Damit es sich nicht wehtut? Jo, Bibel! Dear Todd, finding the right words for a message like this is never easy. Sadly, our beloved daughter, Diane, recently passed away, unexpectedly. Due to this heartbreaking situation, we regret to inform you that we won't be able to make it for our Planet Christmas visit. PS Todd, you've always been a good friend to me. I probably shouldn't be sharing this, just like I never shared it with my wife. There aren't good words to dress it up, but I hope you understand. Part of me finds solace in the fact that my daughter has passed away. She truly didn't have an easy childhood. I'm not even sure if she ever experienced a single happy day. I never saw her inviting anyone home, nor did I see her talking to any friends. Painfully, Junger. Painfully, I admit that even Laurie, her own mother, didn't hold much love for her. Damn, even I sometimes involuntarily showed that strange coldness towards Diane. It seemed like the only person who looked at her normally was Cody. I knew she was bullied in school for a long time, but I ignored it. Some sick part of me found satisfaction in it. Then that horrible disease, a dreadful affliction, completely distorted my daughter. I looked at her then, but I couldn't love her. I was somewhat disappointed. When I saw her on the floor of our bathroom, completely pale, I felt relief. As if I dropped the baggage I've been carrying for years. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hört ihr das atmen? Ich könnte jetzt einfach gehen. Johnny wartet draußen im Auto auf mich. Aber ich muss noch die Tür öffnen. Ich muss herausfinden, was da oben ist. Ich hab den Schlüssel gefunden. Wir können jetzt das Rätsel lösen. Das ist die Geschichte meines Lebens. Damit komm ich groß raus. Was ist hier passiert? Jesus. What a smell. Dear diary, the doors are always closed. My mother locks them. And there is only one key in this house. Nothing can get out and nothing can get in. I used to think I could hide from him. He calls out to me every night and I hear the cracking of the floors as he moves through the house. I hear his skin shifting with each step and that melody he sometimes plays. I cover my mouth then so no one's sound escapes. But even that doesn't work anymore. He appeared at midnight. I couldn't fall asleep. So I sat at my desk. When I turned around, there he stood by the door of my room. Staring at me. The doors were still locked. Chat. Steht der gerade hinter mir? Chat. Steht der gerade hinter mir? Ehe. Okay. Okay, sie war hier eingesperrt. Sie war hier eingesperrt. Es sieht aus, dass es eine schreckliche Passage gibt. Aber irgendjemand konnte hier rein, ohne den Schlüssel zu haben. Also entweder ist es wirklich irgendein scheiß Dämon oder so. Oder, was ich eher denke, weil wir haben jetzt die Karte analysiert und es gibt ein Secret Passage. Irgendjemand hat hier in den Wänden gelebt. Irgendein scheiß Creep hat hier in den Wänden gelebt. Hey, nein. Nein, das ist unfair. Geh raus aus dem Haus. Nein. Secret Passage. Unter den Städten. Das wird mir langsam zu heikel hier. Johnny. Johnny, wir müssen hier weg. Verdammt. Johnny. Johnny. . Online. Ja. Was? Ja. 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 Ja, ja. was ist das ich will es lesen wieso ploppt der text nicht auf belief nothing you here and only half of what you see so was stand er nicht half only half of what you see ja glaube nichts was du hörst und vertrauen nur halb was die dem was du siehst mo dank schön für 58 monate man vielen dank monikins ans 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieso stehen die hier versammelt? Was gibt's hier? Jungs? Get out! Da ist die scheiß Puppe. Die sind buried in the woods. Was ist das? Nicht hier? Nicht hier? Nicht hier? Nicht hier? Nicht hier? Nicht hier? Die Tür ist weg! Nicht hier! Die Tür ist weg! Holy shit! Ich hatte Gänsehaut! Kurze Bus! Dankeschön für 37 Monate! Die hat Bathroom gesagt! Wer war das? Wer stand da? Da stand jemand! Da stand jemand! Da stand jemand! Hey, grüß dich! Danke! Und? Ich geh ja schon! Glühe! Da! Da! Die! Die! Dann! Die! Leute, ich habe ja die Vermutung, das wird mein letztes Video sein, auf diesem Kanal. Wenn ihr das sehen solltet, dann bin ich gestorben und Johnny hat es hochgeladen. Ich wollte schon immer sagen, ihr wart die beste Community, die ich je hatte. Was ich mir je wünschen könnte, verbreitet das Wort. Vergesst mich nie. Holy shit! Schrei doch nicht so! Ich würde vielleicht auch los schreien, wenn ich Leichen sehen würde. Aber kannst du nicht vielleicht ein bisschen leise schreien? Ich bin so sorry! Leute, es sind drei Leute verschwunden, die nach einem Monat aus dem Nichts wieder zurückgekehrt sind. Sind das Skinwalker? Sind die Echten wirklich gestorben? Und das sind eigentlich Skinwalker oder das ist die Familie von Diane. Die Eltern und Cody. Das könnte es auch sein. Das Ding ist aber, es war bis zu einem Punkt, war es ja eigentlich alles recht, also realistisch, was ist realistisch? Halt nichts Paranormales. Und jetzt... Jetzt mittlerweile dreht alles ab. Das heißt... Das heißt... Halt! Das Ding ist Chet. Dass das Spiel so vielleicht übersteuert ist. Liegt vielleicht daran, dass ich am Anfang das Volume im Spiel komplett aufgedreht habe. Nein, aber normalerweise, wenn du in Spielen die Volume-Leisten aufdrehst, in Videospielen... Dann... Ähm... Warte kurz... Warte kurz... Ähm... Chat... Wenn man in Videospielen den Sound aufdreht, dann wird das ja nicht übersteuert. Dann wird das ja nicht übersteuert. Sondern einfach nur laut. Und ich habe das aufgedreht am Anfang, weil ich mir dachte... Wenn das Spiel jetzt zu leise ist, dann haben wir jetzt die maximale Lautstärke. Und ich kann dann selbst die... Lautstärke regulieren dann später. Per meinen eigenen Einstellungen. Aber das Spiel ist nicht laut geworden, sondern es übersteuert einfach. Was ist das? 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 Ich habe das Gefühl, das Gebäude wird immer größer. Ich würde den Ausgang nicht mehr loswerden. Okay! Ich habe eine Spie, aber keine Knie. Ich habe kein Herzbeut, aber ich habe einen Lebenshuck. Ein Baum! Ist ein Baum, oder? Bäume haben Wirbelsäulen, ja! Der Fotosynthese. Diese Puppe schon wieder. Leute, Cody war es. Cody ist der Verbrecher. Cody ist der Bösewicht. Hier ist ein Haken. Wir sehen die ganze Zeit diese Puppe, die im Codys Zimmer war. Und in Codys Zimmer lag dieses Buch. Nichts! Wir sehen uns dieses Buch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bücher haben Buchrücken. Scheiße, das ist ein Buch. Du hast recht, das ist ein Buch. Wir müssen ein Buch finden. Schau höher. Muss ich das? Ich wurde bei einer Rope im Zentrum der Stadt. Ja, Bruder, die stinken mir. Fühlt mir gewaltig stinken. Ich wurde bei einer Rope und send to drown. Look higher. Knock over the bucket. Ich sehe es, aber wie nocke ich es um? Ich kann nicht springen. Hexenjagd. Ja, Hexen wurden gehängt. Und Hexen wurden ertränkt. Majin, Dankeschön für 29 Monate. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Okay, ich hab ihn Mein Stein ist einfach durchgeflogen, Chat Mein Stein Mein Stein ist einfach durchgeflogen Die Scheibe ist nicht gebrochen Soll das so? Da ist er, der Große Jetzt hat's geklappt Leute, ich bin's wieder Ich hab's wirklich geschafft rauszukommen Ich bin irgendwie geflohen Ich weiß nicht, was mich verfolgt Aber es will mich holen Wenn ich hier entkomme, bin ich der berühmteste Mann der Welt Und ihr wart dabei Live, auf Kamera Vollmond Genau heute ist Vollmond Die Hexen Die Hexen haben zur Vollmond Ihre Rituale durchzogen Die haben bei Vollmond getanzt Und gefeiert Die Hexen Die Hexen Aber wieso so lau-di? Das waren Hexenschreie. Yo, 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 chill. Krähen, weiteres Zeichen für Hexen, Chat. Ich soll nicht meinem Gehör vertrauen. Wir dürfen nicht den Glocken hinterher gehen bestimmt. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, das war ne Puppe. Das ist Cody, in Puppenform, die Hexen haben Cody geholt, die scheiß Hexen haben Cody verzaubert. Ja. Was ist jemand denn da mir? Klang als wir irgendwie eine Leiche umgefallen oder so Nicht, dass ich wüsste, wie es klingen, wenn Leichen umkippen, aber so stelle ich mir vor, dass es klingen, wenn eine Leiche umkippt Hey Arschloch! Die Kamera war teuer! Hallo? Hallo? Hey Arschloch! Hallo? 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 Oh! Das sind Augen! Gebeck 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 Und komm! Da ist mein Auto! Die Puppe winkt mir. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Und dein scheiß Drecksloch! Endlich fünf! 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 Quattro! Quattro! Der Schulmann! Hey, das war not bad, ne? Das war, äh, es war sehr, sehr, es war natürlich sehr, äh, sehr stanny, generisch Zeug, aber sehr gut umgesetzt. Das war sehr viel generischer Kram, aber wirklich sehr gut umgesetzt. Das war actually sehr entertaining. Fünf Endings. Wir müssen uns dann gleich die anderen Endings anschauen. Ich frage mich, ob... Ne, guck, das wurde gar nicht gespeichert, Chat. Die Lautstärke wurde gar nicht gespeichert. Oder? Aber was ist dieses... Was sind diese Settings? Es ist mehr als die Hälfte. Es ist gut zwei Drittel. Und man hört kaum was. Bei Hälfte ist einfach stumm. Bei Hälfte ist einfach stumm. Stark. Ähm, ja, gehen wir das Bingo durch, Chat. Da war sehr viel. Da war echt viel. Da war... Da war sehr viel. Da war sehr viel Chat. Also, wir hatten äh, platzende Glühbirnen. Ähm, wir hatten... Man fährt Auto. Actually gutes Spiel. Altes Radio spielt Musik. Schlüssel suchen. Telefon klingelt. Puppen. AI-Kram. Hatten wir jetzt sieben Jumpscares? Cloppy? Ne, das würde ich jetzt nicht als Stealth-Gameplay betiteln. Nur weil wir kurz einmal in den Schrank mussten. Das war ja gescriptet. Das ist ja kein richtiges Stealth-Gameplay. Warum muss der Kreis da so links sein? Was? Was meinst du? Achso, hier. Weil es nicht in der Mitte ist. Keine Ahnung. Weil das Feld zu breit ist. Ne, Kinder hatten wir nicht. Gore hatten wir auch nicht. Verfolgungsjagd hatten wir auch nicht. Ich wurde ja nicht verfolgt. Das war ja zum Beispiel nicht sowas wie gerade bei Shinkansen Zero. Dass wenn du stehen bleibst, du auch erwischt werden kannst oder so. Ne, das ist kein Gore, wenn da Leichen sind. Gore ist schon so brutaler Shit mit Splatter und zerteilten Menschen und überall Leichenteile und abgetrennte Köpfe und so. Das ist ja kein Gore gewesen. Leiche ist nicht gleich Gore. Boah. Wie viele Jumpscares hatten wir? Gloppy? Fünf? Okay. Keggy gönnt nicht. Das war ein Spiel von zehn Spielen oder wie viele ich heute habe. Was für Keggy gönnt nicht. Hatten wir nicht Vollmond gehabt, Chat? Ist gar nicht dabei. Wir haben doch mehr als 25 Begriffe, ne? Das war kein Kind. Das war eine Puppe am Ende. Wir haben halt nicht die Story ganz gecheckt, weil uns hat wahrscheinlich was gefehlt. Das kriegt man wahrscheinlich dann in den anderen Endings zusammen. Aber ja, es ging wohl irgendwie in Richtung Hexen. Und die Hexen haben irgendwie diese Puppen kontrolliert. Diese Hexen haben irgendwie das Girl verzaubert. Ich denke mal, es hat was mit Hexen zu tun, I guess, ne? Zählt das dunkel während des Stromausfalls? Nein, wenn deine Taschenlampe ausgeht, ist das ja kein Stromausfall. Für erstes Spiel ist das super stark, ja. Wir haben schon, ähm, hier, zwei Reihen mehr als die Hälfte fertig. Das ist ja voll stark. Das hat mir zu viel ausgefüllt. Ja, das Spiel war aber auch recht lang. Also, was heißt recht lang? Aber für die Verhältnisse, die wir normalerweise hier an Spielen haben, äh, war das schon recht lang. Das ging ja fast zwei Stunden oder so, oder? Okay, 72 Minuten. Das waren sehr kurze zwei Stunden. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel, Chat. War aber, Moment, hatten wir nicht Actually Good auch drin gehabt? Ne. Ist auch raus. Aber wäre auch Actually Good. Also, theoretisch hätten wir noch Vollmond drin gehabt. Und Actually Good, ah ne, hab ich's markiert. Oh, ich bin dumm. Ich hab's markiert, okay. Ja, Vollmond hat's irgendwie nicht reingeschafft, weil wir wahrscheinlich 26 oder 27 Begriffe hatten. Aber ja, das wäre dann mal auf dem Feld gewesen. Ähm, Türknall zu, ist auch nicht dabei. Hatten wir aber auch aufgeschrieben gehabt. Kam auch nicht unter die 25. Ähm, okay. Der Protagonist redet zu viel? Ne. Also, das war halt, anfangs hat das halt ein Intro gehabt. Ähm, da finde ich das voll fein, wenn da halt natürlich anfangs viel geredet wird. Das wird das Setting ja aufgebaut und so. Aber danach, das ganze Game hat er ja die ganze Zeit die Fresse gehalten. An zwei, drei Stellen hat er sich kurz gemeldet. Und sonst hat er ja die ganze Zeit die Fresse gehalten. So, ähm, okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Gibt's das auf Twitch? Ja. Ja. Die eine Stelle war auf jeden Fall nice, wo in mein Ohr geflüstert wurde. Bathroom. Das war eine starke Stelle. Der Build-Up bis dahin war recht stark. Dieses Panische, dass alles immer lauter wurde. Plötzlich verschwindet die Tür und so. Und dann plötzlich Stille und diese einfach nur diese Stimme. Bathroom. Das war stark. Okay, nein, das hat ja nichts mit ASMR zu tun. Junge, draußen ist irgendwie Krieg oder so. Nicht Krieg, aber irgendwie Fußball wahrscheinlich. Fußballfans. Ich fand's nice, ja, ich fand's auch nice. War ein gutes Horrorspiel. War ein gutes Spiel. Okay. Day One. Äh, das Spiel heißt Barbotine. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Barbotine? Barbotine. Barbotoin. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Gibt's kein Menü. Es geht direkt los. PS1-Gamepad in einem PS1-Horror-Game. Yeah, yeah, ja, 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 ja. Der leuchtet halt so ein bisschen grün, ne? Der ist irgendwie special, Space. Hey man, can you grab me a beer, man? Digga. Was ist das für ein komisches Geräusch, wenn ich in seiner Nähe bin? So ein vibrierendes Geräusch. Okay, das ist generell, wenn ich an Leuten dran bin. Leute habt ihr, habt ihr irgendwo, habt ihr noch ein Bier für mich? Hab, 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 hab da noch ein Bier für mich? Hab, 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 hab da noch ein Bier für mich? Okay, da bist du. Ach du Scheiße. Ich kann nicht laufen, ja weglaufen. Hey, wie hast du da? Okay, ich hab das Gefühl, das Spiel möchte so ein bisschen die Social Awkwardness darstellen. Wie wähl ich was aus? Ah, hier. Oder ich bin einfach mies besoffen. Okay, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Thanks, man. Okay. Day 1 complete. Zweiter Tag auch Party? oh ich erinnere mich an das spiel ich erinnere mich an den trailer gerade wo ich die hände gesehen habe das war wieder ps1 das war ein sehr weirdes game das wird gleich ein glaub ich den ziemlich werden turn nehmen alter geile sandwich das jetzt habe ich bock auf das sandwich mich kriegt nun wasser versuche ich damit wie es die ganze zeit jetzt hält ich denke mal ich gehe ins bett und trinkt dort jetzt mein wässerchen also gegamed ja die hände ok das bett junge mies eingestuhlt nachts komplett durchfall gehabt jetzt nie komplett eingeschissen ok ab in den keller ja er wird gerade irgendwie zum zombie oder so ne ich glaube das soll kritik sein chat die ganze zeit nur vor der glotze zu sitzen dadurch wirst du zu nem fucking zombie jetzt kriege ich zentakel aus dem kopf das meint meine wohnung größer geworden ok meine blumen war sie lebt braucht meine blumen war sie vielleicht in den wasser was ich vorhin geholt habe auch meine blumen war sie leben alle jetzt ok meine blumen war sie schränken mich schon ziemlich ein in meinem leben ich denke mal so im blumen war sein weil oben halt das grüne blumen und so weiter und der körper sieht halt so aus wie keramik oder so und ich kriege auch wurzeln die ganze zeit vielleicht werde ich zu nem baum und ich grabe mir hier ein tiefes loch wo ich wurzeln schlagen kann ok was ist das denn bar ekelhaft hey meine wohnung wird immer größer weiß jemand was das wort brutal heißt bro bro tina bro bro time bro und teilen wegen 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 diesen ranken meine bro ranken zwei drei oder drei zwei drei 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 sechs Du kannst das nicht tun, bis du dich selbst schaust. Wie lange ist der Gang? Das wird ja alles größer und riesiger. Wo war nochmal mein Badezimmer? Hier. Da bin ich. Get ready, they're coming for you. Right-click, stun enemy, when the villain will attack. Mit left-click. Okay. Okay. Ja, das Game wurde sehr schnell weird, das stimmt. Ja, irgendwie musst du das hier an... Ah, okay. Let's go. Ich muss auf den gelben Punkt warten und dann stunnen. Das ist wirklich Blumenbasen. Das ist quasi Parry. Was spiel ich hier? Oh, ich mag meinen Pimmel-Move. Gumm-Gumm-Penis. Gumm-Gumm-Penis, genau. Nee, 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 das hier mach ich. Ich muss im richtigen Moment das hier machen, dann werden die gestunnt, dann kann ich sie töten. Scheiß, ich bin tot. Haps. Okay. Tag 6. Es wird noch schlimmer. Jetzt zerfällt auch noch mein ganzer Boden. Bisher kapiere ich gar nichts. Hä, wie? Bist du dumm? Bist du dumm? Ich habe eine normale Handkarte gehabt, oder? Okay, doch nicht. Ja, oh, was? Was ne wilde Scheiße. Ich bin so scheiße. Was? 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 Das war diese Explosion, Freunde, ich dachte, dass ich spawnte gerade irgendein riesiger Boss, aber dass meine Schaufel, die einfach hochfliegt und dann... ... ... ... ... ... ... Nearly over! Iskarakubumatschki! Du ratige Ratte! Zwei! Boom! So! Ich hasse Blumen! Die kommen unendlich! Ich hab's geschafft! Das sind echt viele Gegner! Phaaa! Fünfzehn! Der war schnell, der war viel zu schnell Der war viel zu schnell Der ist noch einer Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Ich probiere noch einmal Was da kapu'ki Ich kann aber jederzeit Den Fernseher noch anklicken Wieso auch immer Ey Ey Scheiße Ich hab dich getroffen Man kann daneben hauen Noch 10 Vielleicht muss ich dort Auf beiden Seiten Also hier killen Und dort beim Fernseher Oh mein Gott Aber hat jemand mitgezählt? Bin ich fast fertig Ja der Beat ist nice 6 9 2 Imagine du wachst morgens auf Deine Blumenvasen greifen dich an Boah der hat durch die Wand geschlagen Das ist cheat Bei wieviel bin ich chat? Bei wieviel bin ich chat? 11 Ich bin wieder hier beim Fernseher 11 Ich bin wieder hier beim Fernseher Wieviel bin ich hier beim Fernseher Wieviel? 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 Ich bin schon in der Küche oder? Oder im Badezimmer Küche oder Badezimmer Ah ne Badezimmer ist zu Hier ist ja Badezimmer Dann würde es in der Küche sein Moment Die Küche und das Mainzimmer sind jetzt Nee Jetzt hier Was? Kein Treffer Okay Wir haben es Oh ist alles wieder normal? Mein Bett ist nicht mehr voll geschissen War ne wilde Woche Aber was ist der Plot? Was zum Fick ist der Plot? Wir waren auf einer Party Haben unseren Kumpel getroffen Der hat gesagt hol mir ein Bier Wir haben ihm ein Bier geholt Nee Wir wurden vorher noch angekotzt Vielleicht wurden wir infiziert Irgendein Typ hat uns angekotzt Dann haben wir unserem Kumpel das Bier gebracht Und dann war der Tag vorbei Und wir wachen auf und sind krank Das war's Das war ein wilder Trip Das war ein wilder Trip Easy Mode Okay Okay Ja Chat Das war das Ich hab fast sogar alle Achievements geholt Eine Achievement fehlt mir Moment Komplett Man muss den siebten Tag noch beenden Hä? Letzte Achievement ist complete Seventh day Ich muss wieder von vorne anfangen Da hätte man noch was machen können Da kamen doch die Credits Hä da kamen Credits Nee ich spür's nicht nochmal Das müsst ihr jetzt selber herausfinden Chat Ihr müsst es jetzt kaufen Und selbst herausfinden Wretch Was heißt Wretch? R-E-T-C-H Abschauen Weil das erste schief Als er uns angekotzt hatte Hieß Wretch Und darunter hieß Get a lucky break Also wirklich Als würde man krank werden Und dann halt einen gelben bekommen Aber ja Wir haben nichts gehabt Ne Chat Wir haben nichts davon gehabt Ist aber auch sehr weird Sehr weird Doch der Spam Nein Das war doch kein Achievement Spam Du hast für jedes Level An Achievement halt bekommen Das war doch kein Spam Wasengore Am Anfang war viel Ja du hast halt Achievement für das erste Kapitel bekommen Und das Ankotzen bekommen Das war kein Spam Leute Spam ist was anderes Das werden wir bestimmt auch noch sehen Wretch ist scheinbar würgen Definieren sie Spam Ähm Vier Schiefments in einer Minute Ja okay Es war ein Schiefments Spam Ich markiere es Okay So ich habe es markiert Herzlichen Glückwunsch Ja ich habe gerade Darüber nachgedacht Wenn irgendwie so Drei Schiefments Innerhalb von einer Minute kommen Oder so Wäre schon echt viel Und wir haben am Anfang des Spiels Echt drei Schiefments In einer Minute gehabt So kommen wir zum nächsten Spiel Ich glaube ich habe noch nie hier Onstream ein SCP Spiel gestreamt Leute Das glaube ich Das ist Premiere hier Ich dachte Ignorierst du bewusst Naja Aber es kam halt keins Was mich so Wirklich interessiert hatte Und das sah ganz nett aus Ich habe die nicht Absichtlich ignoriert SCP Descent Kam irgendwie vor ein paar Tagen raus Ähm Und Ja spielt im SCP Universum Und ich liebe schon Die Mauseinstellung Hier bin ich gerade auf Settings Hier bin ich gerade auf New Game Ja bestimmt Wofür steht SCP Irgendwas mit Protect Und Irgendwas sowas Ich kann Accept nicht anklicken Weil es irgendwo weiter unten ist Genau Secure Contain Protect Das ist einfach nur so ein großes Sammelsorium An Monster Geschichten Die alle in einem Universum quasi spielen Also sehr viel halt von Leuten So Hobby Schreibern zusammen geschrieben und so Ähm Wo glaube ich jeder so mitmachen kann Und was eigenes da einfügen kann und so Es ist quasi Im Großen und Ganzen geht es um so eine große Firma Äh Die immer irgendwelche Paranormalen Abnormalen Dinge sammeln Äh Also Was heißt sammeln Finden Herausfinden was sie sind und so Und dokumentieren sie quasi Und das ist so ein riesiges Ding Wie gesagt so ein Community Ding Äh Sowas quasi wie Creepypastas Kann man schon sagen Wie Creepypastas Nur Dass die Leute es nicht belächeln Sondern eher mögen So Und das Dreht sich wohl um irgendein Monster Was jemand wohl geschrieben hatte Was ganz cool war oder so Und hat dazu ein Spiel halt gemacht Leute das sieht genau Das ist Chat das ist doch genau Eins zu eins Der Gang Aus dem Silent Hill Spiel Was wir vor kurzem gespielt haben Just walk away Wer weiß wer Eigentlich wer SCP 1471 ist Ich habe keine Ahnung Gibt es hier ein Ähm Eine offizielle Zahl Wie viele SCPs es gibt Wie viele eingetragenen es gibt Ich denke mal Wir nehmen den Fahrstuhl Es geht um Descent Wir müssen also absteigen Okay geht nicht Okay Referenzen Das Ding Wir müssen die Treppe nehmen War nämlich sogar Eines der ersten So bekannten SCP Spiele Wo es die ganze Zeit darum geht Dass du eine Treppe runter gehst In so einem Treppenhaus War das nicht so eines der ersten Großen bekannten Spiele In diesem Universum Press F Press F to turn on your flashlight Right click to raise and lower your flashlight Okay ich kann meine flashlight Hoch und runter senken Okay Eines der ersten SCP Games war so Ja das war das damals Als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe Was ich davon gehört habe Von diesem SCP Shit Bestes ist ja immer noch Laboratory Äh ich höre auch immer Diesen einen Namen Äh Containment Breach Was auch immer Superviele Leute hypen Aber keine Ahnung Was es da für ein Wesen geht Dem geht es so gut Der macht eine kurze Pause Auf der Arbeit Der macht eine kurze Pause Ihm war kalt Der hat sich mit seinem Mit seinem Mit seinem Mit seinem Karrenzug gedeckt Dem geht es gut Appears to be stuck Okay wofür haben wir jetzt Schlüssel hierfür Ein kurzer Neb Ja muss auch immer mal sein Okay was Was haben wir hier für ein Monster Und was macht dieses Monster besonders Was kann das Monster Bestimmt sowas wie Ähm Wenn du in einem 36 Grad Winkel Nach oben leuchtest Dann wird es wütend Und greift dich an Kommt das Monster In den nächsten 4 Minuten Nachdem er in 4 Minuten Weg muss Es ist die Skibby Toilet Ich hoffe nicht Ich habe im Trailer Das Monster gesehen Kurz Aber nicht alle SCP Spiele Sind so Chad oder Dass man die ganze Zeit nur treffen Da war er Da war der Nakidai Habt ihr ihn gesehen Meine Fußgeräusche sind weg Ich levitate über dem Boden Digger How is this possible Das erste SCP Spiel Was ich spiele Ist genau wieder ein Spiel Wo man den Trepp runter gehen muss My name is Professor Kennedy I teach light physics On the state campus And if you're listening to this Then it looks like You have made the error Of following me down here By now You have undoubtedly noticed That this staircase Didn't lead Where you were expecting And indeed Makes no sense For the space It should inhabit I have wandered Through these halls For a number of days Now Looking for a way out As of recording I have yet to find An explanation For my predicament Or An avenue of escape But what I have found Are the others Who stalk these halls A subterranean species A divergent abolition of our own Although human in nature They seem to lack higher functions of intelligence And are prone To outbursts of violence Because of this I have made attempts to set up checkpoints along my way In order to put some distance between them and myself I apologize for making a distressing situation even more difficult But if you're still sun light I trust you will be able to make it through to come find me Oh And by the way During my exploration I found it comforting to leave behind my observations and theories in case of my return I have left you a few pieces of chalk If you're so inclined Then I trust the exercise will help keep your mind sharp You have opted for autosave and do not need to collect chalk This game will be saved at key moments, okay? For prisoners stand trial organized From shortest sentence to longest One was sentenced to the full six years Another had a sentence reduced by half And one had the man's reduced sentence added to this And, ah, digga Was? Ich dachte, ich muss jetzt Horror machen und kein Mathe Nee, ich spiel kein Rental Und ciao, escaped Hatten wir irgendwas für's Bingo gehabt, Chat? Nee, ne? Fahrstuhl True True, true, true Stimmt Okay Kommen wir zum nächsten Spiel Das wollte ich schon letzte Woche spielen Wenn ihr euch erinnert Hab ich die ganze Zeit Nee, vorletzte Woche war das Wo ich die ganze Zeit meinte Oh, ist das schon mittlerweile draußen? Dann war es doch nicht draußen Und jetzt ist es mittlerweile da Bloody Hollowfest Okay, da könnte man vielleicht gory bekommen, Chat Nee, für AI haben wir ein eigenes Feld Das schlechtes Voice Acting brauchen wir schon von echten Menschen Who ist es? Es ist mir, Jeff You were supposed to be at the camp hours ago Oh, shit Sorry, Jeff I overslept again I knew it Todd, did you hear that? Pay up my 20 bucks I want the bed Schon wieder ein Todd Du bist ein guter Voice Actor Ja, aber wir suchen ja einen schlechten Fürs Bingo Okay Ja, Leute Es geht Um Bloody Hollowfest Es wird ziemlich blutig An diesem Hollowfest Ist Hollowfest Halloween gemeint, Chat? Weil wenn ja Wieso kommt ein Spiel mit einer Halloween-Thematik Im März raus? Halloween ist ja jetzt Trademark? Was? Wer hat es denn für sich eingetragen? Okay Okay, ich kann da nicht lang Bestimmt Nestle Ich muss da drücken Wir warten auf den Bus Wir warten auf den Bus Ich bin ein City-Pupser Ich bin ein City-Pupser Oh, jetzt kommt The police are investigating The disappearance Of three young women In the last seven days Three women Aged between 20 and 24 Have gone missing this week A resident in the area Claims that On the night Of one of the disappearances He spotted A strange individual Lurking around Around the vicinity Of one of their homes However Due to poor lightning In the area He could not make positive Identification The city is bewildered By these events And authorities Have advised residents To avoid going out Of the dark Secure doors And windows And report Any suspicious activity To the emergency hotline Okay Ojei, grüße Damn, what a scare, man What are you doing here alone? Passes don't run this late Could you get off my face? Huh? Has no one thought You not to approach People like that? Are you waiting for someone? It's none of your business I'm waiting for a girl On second thought I think I've already found her What are you talking about? I love walking at night The silence The city changes completely Dude, you're nuts Das erlebt jede Frau Auf dem Heimweg nach Hause Nee, wir sind schon die ganze Zeit Maya Aber Jeff hat irgendwie im Hintergrund Mit Todd gestritten oder so Direkt damit Maya telefoniert hat Ach so Ach so Er hat aber lange überlegt Ach da kam ein Auto Deshalb brennt er weg Hey Maya Who's that guy? I don't know But he gave me creeps There are some really weird people around here Come on, get in And here we are One more year What's the plan? We gotta finish decorating the place With the Halloween stuff And get some of the games ready for tomorrow But don't worry There's plenty of time To get everything sorted Go drop your staff off The cabin And meet us in the dining hall Oh shit Wird das Wird das so ein Ding So ein Teenie Nicht Teenager Sondern Ja doch so Highschool 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 Splatter Movie Ding Wie früher Wenn man so Highschool Irgendwo Urlaub machen Oder so Und dann Wird die alle abgeschlachtet So wrong turn mäßig Ich weiß nicht Ob es das Spiel Bei Twitch gibt Habe ich nicht getestet Bei die HelloFest Gibt's Highschool Genau Find your cabin And leave the backpack This is not my cabin This is not my cabin This is not my cabin So Freitag der 13. mäßig Ja so So halt Oder halt wie gesagt Wrong turn Sehr sehr dunkler Raum Place backpack It's a screwdriver Okay Meet with the others Okay Gehen wir zum Dining Zu der Dining Hall Ja Keiner Wieso es sich geändert hat Ich hab doch abgespeichert Auf jeden Fall chillig hier Also chilliger Chilliger Ort hier Um Urlaub zu machen Oder Chillig Ja da war ein Typ Der mich abstechen wollte Der war ein bisschen creepy Und ich hab sein Gesicht gesehen Lass mal nicht zur Polizei gehen Dann sind hier nur drei andere Gehört's gestorben Ja Videogame writing Die werden alle sterben Chat Die werden alle sterben Chat wer von denen seid ihr? Wer von denen seid ihr auf der Party? Junge hat die einen huge ass Links vorne Links vorne Also ich bin der mit dem riesigen Arsch Maya you finally arrived Und zu den Walker Dankeschön für fünf Monate Komm schon Ich habe etwas zu zeigen Ich bin der Herr da hinten Der da bin ich Ich bin Tyler Junge Die hat echt ein breites Kreuz Es ist glaube ich die Hose Die den Arsch so riesig aussehen lässt Es ist die Hose Wie ist life in your new city? Did you get the job you wanted? Ja I thought it turned out to be crap Like every job I've had so far Sometimes I think I should Stayed in the town And continued with the family business Maya working at her parents Bar for her whole life No way You've always been a rebel But also the smartest among us You just have to keep trying You will get what you're looking for In the end You think so? I'm sure What do you think? Hübsche Unterwäsche Wow Is this what you had to show me? Yep I'm wearing it tonight Who's the lucky one? Jeff You're dating Jeff? Shh The others don't know yet I don't want us to be The subject of their jokes tonight Wow Just wow Since when? Not long Just a week Despite being a joker And seem like a jerk At times He's a romantic Maya Beth Let's all get up by the fire Join us Ready for our annual horror story session I guess so Let's go It's ja wirklich Einfach Bilderbuch Bilderbuch Highschool splatter movie Alter Ich date Beth Ach du bist es Dankeschön Sheffield 36 Monate Ja sie kann von ihrer Bus Story jetzt erzählen Die ist schon ziemlich creepy Alright everyone's here I'm sure you all have heard About the consular Who lost his life In this very camp 20 years ago His name was Derek Ach scheiße man Verdammt Nicht schon wieder die Derek story It all started as a prank By the other consulers On a night like this Also during the preparations For the Halloween party The consulers thought It would be fun To play a prank On Derek But first They had to spook him So they all gathered By the fire To tell a horror story Just like we are doing Right now One of the consulers Told the story Of the pumpkin killer Nicht der pumpkin killer Yeah It's an old legend My grandpa told me about it When I was a kid Many years ago In the town They found the witch And burned her alive But before she died The witch said That every year At midnight Right at the beginning Of October 31st Her spirit would return To seek revenge On everyone It's said That the curse Brings back A serial killer Who can't be hurt Or killed Michael Myers His head is covered By a pumpkin And no one has Ever seen his face After finishing the story One of the girls Started screaming Pointing towards trees And there he was The pumpkin killer Holding a bloody axe Everyone started screaming And running But the killer Was only after Derek Who ran To his cabin And locked himself in One of the consulers Cut the power And then everyone Surrounded the cabin Banging on the walls Leave me alone I haven't done anything Derek shouted From inside the cabin You could also hear him crying Then everything fell silent After a few seconds Derek's friends Started laughing And shouting It's a prank Derek You can't come out We are sorry But Derek didn't answer Or opened the cabin door Scheiße Derek is eingeschlafen Faced with the silence The consulers started to worry So they turned the power back on One of the guys Entered through One of the windows To find out What's happening Derek was dead Scheiße Ich dachte, er hat geschlafen The one who pretended To be the pumpkin killer Was one of Derek's roommates It seems that while He was picking Out the axe For the prank He left the others Lying on the ground Due to panic And darkness Derek tripped And fell headfirst On the only axe Whose edge Was pointing upward His friends Found him in a pool of blood With his head split in half Ach so Er ist auf ne axe So hingefallen Dass dein Kopf in der Mitte Geteilt war Dann Rick einfach Dann Okay Damn Tyler Not funny It's hilarious Hahaha Alright Enough of the stories We need to get to work Maya There are still some decorations Left to put up Can you place some pumpkins At the end At the entrance I think there are still some In the lake cabin Sure Was eine tolle Geschichte Also der ist gestürzt Und da war eine Axt Und dann war sein Kopf gespalten Oh meine Homies Hey Tyler Da die Bumsen Die Bumsen Chat die Bumsen Da sind Pumpkins Die haben noch nicht angefangen Die sind kurz davor You two Should head to your cabin Oh shit We've been busted Relax Maya knows What? You told her? Maya is a good friend She won't say anything I'm a tomb Tomb Okay Come on Jeff You and I have something pending Oh Maya Could you do me favor? What do you need? Jeff and I were supposed to pick up The Halloween Pinata And hang it on your gallows Could you take care of it? I guess so Where it's stored? In the workshop Near the forbidden area You mean the old workshop? Yes They haven't started building The new one yet Weren't they supposed to Construct in this summer? That was the plan Initially But the guys couldn't Get enough money Oh I see Alright I handle the Pinata Once I'm done Placing the pumpkins Thanks Ja okay Wird die jetzt bumsen Oder was? Ich muss jetzt hier die Arbeit für alle machen Oder was? Und die dürfen Spaß haben Ich weiß nicht wie du Sex machst Aber das ist ein bisschen Vanilla Ja die fangen gerade an Die kommen gerade in Stimmung Stell ich das jetzt ab? Kann mir das jemand abnehmen? Kann mir das Kann mir Hat jemand eine freie Hand? Okay wahrscheinlich In der Dining Hall Oder? Ihm Feuer Auch nicht Toad will das auch nicht annehmen Wo stelle ich denn Scheiß ab? Es macht Sinn So far away Am Eingang war da was markiert? Ach im Moment steht auch oben Place the pumpkins at the entrance Aber At the entrance von was? Da hinten Da hinten Da hinten Oder was? Geiles game There we go Now I need to find a lighter Maybe Tyler has one I'll ask him Tyler is tot Tyler lebt nicht mehr Tylers Kopf wurde in der Mitte Zerteilt Mit einer Axt Die auf dem Boden lag Tyler Do you have a lighter? I left it with Todd Go check inside Tyler lebt noch Do you have Tylers lighter? I need it to light some pumpkins I left it with one of the tables But return it when you're done I still need it Sure Okay Ja wir laden gerade damit Den Kürbiskiller zu uns ein Starkes Gameplay Jetzt dann Okay Turn lighter to Todd Andere Lichtquelle als Taschenlampe Nein das ist doch keine Lichtquelle Benutzt doch die Taschen Äh das Ding gerade nicht Um Mit dem Weg zu leuchten Hier ist der Lighter Thanks Okay Schau mal zum Workshop Okay Jetzt gehen wir zum Workshop Die Amis Schlagen Ähm Zu Halloween Feiern Ähm Piñatas Time to go back and hang the Piñata at the gallows Okay Das ist unser Das ist unser Pumpkin-Killer Hier müssen wir später hin Weil der Strom ausfallen wird Kloppy ist der Jumpscare-Beauftragter Er sagt nein Dann I think there is nothing more to do I'll go see if they need help in the dining hall Okay Okay Alle tot Wir leben noch Was frisst er da? Hey Maya Grab a beer and join the party Ach das ist ein Bier Is this what you call a party? Where's Tyler? He said he was looking for you at the workshop Thought you got lost He'll be back when he sees you're not here There What's wrong with the lights? Do you know if the generator has fuel? What's I activated it this afternoon But I forgot to check the fuel level Great At least we have the pumpkins Yeah pumpkins What do we do now? Someone has to go to the generator Generator Here Take Tyler's Leiter What do you mean by take Tyler's Leiter? Don't you plan on coming with me? Who Me? No way I'm not going to the generator To the generator Oh come on What's the smell? Oh I know I think you've crapped yourself You should change your pants Or you attract all the flies around Here digger So Hops genommen digger Haha Look at me laughing I need the lighter So Now we have a light source I thought you got lost When Went to look for you What happened to the lights? Todd forgot to check the fuel level Of the generator Typical of him By the way Where is he? He stayed in a dining hall He's too scared to go to the generator In this darkness Der steht hinter mir Hopeless I'll go with you Thanks Er stirbt We are Jeff and Beth Die bumsen wild rum Busy Busy? I think they are still with decoration Games for tomorrow And all that Ah well I thought we are done Apparently not There should be gas in the workshop Go ahead and check the generator I'll be there soon Okay Er wird sterben Er ist der erste Der stirbt oder? Er lebt noch Okay Wir gehen jetzt zum Generator Dann hören wir einen lauten Schrei Und er ist tot Nein Er ist noch nicht der Mörder Tyler doch nicht Die haben die Gabel rausgerissen Tyler Can you hear me? Yeah What's up? The generator is broken What do you mean? Someone cut the cables Are you sure? Maybe a rat shoot on them The cuts are clean It couldn't have been a rat Wait I'm coming to see Tyler Are you okay? Tyler Crap What's happening? Scheiße Is it blood? Tyler I hope this isn't one of your pranks Or you're dead I better go back to camp Das ist dein Spiel, oder? Ich hab halt viele Horrorfilme gesehen Die sind alle gleich scheiße Did they hang another Piñata? Das ist keine Piñata, Chad Scheiße Das ist tot Gott tot Who could have done something like this I have to find the others Beth Die sind mies am Bumsen Während die alle abgeschlachtet werden Beth, open the door Beth I'm coming, damn it Maya Maya What's going on? I'm busy We need to call the police Someone has murdered Todd And Tyler is missing Alright Maya I don't have time for jokes It's not a joke I'm telling you Todd is dead Someone killed him And hung him And on the damn gallows Fine Maya Whatever you say Now I have to get back inside And continue what I was doing Jeff? Give me a second Jeff is tot Der hat seinen Penis abgeschnitten I need something to cut the damn chain Der hat seinen Penis abgeschnitten, Chad Jeff, bleib vielmeiner Jungfrau Vielleicht im Workshuppen Im Workshuppen Da gab es vielleicht Werkzeug Ist das nicht derselbe Storystrang Wie Until Dawn Wie gesagt Diese Highschool Splatter Die sind alle sehr ähnlich Die sind alle sehr ähnlich Es ist immer dieselbe Gruppe Mit denselben Charakteren Der hat einen Folding Pole Es wird auch gefühlt In jedem dieser Filme Gibt es einen Tyler Also der auch Tyler heißt Tja, wo finde ich jetzt Vielleicht am Lake Schuppen Ich denke mal Da geht es nicht lang In Tantildon gibt es auch einen Tyler Siehste? Tyler ist ein richtig klassischer Highschool Splatter Name Digga, tritt doch die scheiß Tür ein Deine Freunde werden abgeschlachtet Gibt es keinen Chad? Ich glaube ich ist eine Titaniumkette Und die Tür ist aus massiven Stahl Wie geht es Sieh einfach nicht Gefäng Marc Schwach Schwach Gebär Schwach Schwach Gefäng Ja Schwach Schwach Aber Ich F atomic Gefäng Oh, der hatte eine Zange um den Hals gehabt. Lol, ich dachte, das waren seine ... Oh mein Gott. Der hatte das Ding in seinem Hals stecken. Die Zange. Ich hab das vorhin gesehen und das hinkt so runter. Und ich dachte mir, ich hab das gar nicht ausgesprochen, aber ich dachte mir, Junge, der hat aber ziemlich riesige Kordel. Weil ich dachte, das ist von seinem Pullover, so Kordeln. Das sind aber riesige Kordeln. Das war die scheiß Zange. Bef? Jeff? Jeff, geht's gar nicht gut. Hallo, Bef. Team, geht's gar nicht gut. Bef, wir müssen die Polizei kenne. Jeff ist tot. Ich weiß, und ich bin sorry, aber wir müssen jemanden sagen, wir werden nächstes sein. Bef, ich brauche dich, zu reagieren. Bef, ich bin sorry, kannst du die Polizei kenne? Okay, wir müssen es merken, Screwdiver ist hier. Was hat er mit ihm angestellt? Junge, einfach Türsteher. Der Telefon ist nicht funktionierend. Ich glaube, jemand hat die Reihe. Was ist der Telefon in deinem Kabin? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wer ist alles, muss alles verletzt. Sie wollen niemanden nicht verlassen. Was machen wir, Maja? Die Autos. Genau. Die damn Autos. Wo sind die Chancen? Ich weiß nicht, Tyler hat sie irgendwo. Die könnte sein in seinem Kabin. Sind Sie sicher? Nein, ich bin nicht sicher. Okay, ich gehe nachschauen. Ich komme mit dir. Ich bin nicht hier. Nein, warte. Die kommt mit? Das ist aber auch ein Klasse. Klassiker. Wenn alles so sicher scheint, jetzt fließt da Blut auf einmal raus. Wenn alles so sicher scheint, dann öffnet sich irgendwie eine Tür und dann stirbt jemand. Where could Tyler have put the keys? Nothing here. No, not again. Der einzige, der fehlt, ist jetzt Tyler, ne? Das ist alles nur ein Prank bestimmt. Es scheint, wie er ist, wie er weg ist. Where the hell are those damn keys? The keys are not in the cabin. Think, Maya. Maybe I can cross the lake with one of the... The... Canones, ala. I think there are some houses on the other side. Maybe they can help me. Ja, dann lass uns doch mal schwimmen gehen, Leute. Und hier, Spastete. Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Da, jetzt fließt da Blut. Okay, gut, ich hab ja die Zange rausgeholt, ne? Deshalb. Trinkspiel. Wir schauen uns einen Highschool-Horrorfilm an und Keggy muss so viel predikten, wie geht. Und immer, wenn er richtig liegt, einmal schlürfen. Und der Plotwist an der ganzen Sache ist, ich kenn den Film und hab ihn extra vorbereitet, damit hier alle besoffen seien. Tyler war da. Tyler. Timmy ist auch erst der Killer. Tyler, you're alive. Are you okay? Someone attacked me, when I left the workshop. But I managed to escape. I think I have cuts all over my body. Where are the others? They're all dead. Beth, Jeff, Todd. Und die Namen, Alter. This is a nightmare. Where are the Kenosi? I don't know. I ran here to get one and cross the lake. But they weren't here. I don't understand what's happening. Damn it. We have to find a way out of this place. The camp gate is locked. The car keys are missing. Phones don't work. And the Kenosies are gone. How are we supposed to get out of here? Swim across the lake? The lake is too big to swim across. We would freeze and drown before making it to the other side. She's full smart. Exactly. We have no way to escape. We are both going to die. But there has to be somewhere. Und jetzt, Chad, jetzt öffnet er sich. Er ist ein richtig abgewichser Typ. Er sagt, er sagt jetzt, da wir jetzt eh sterben, dann können wir ja noch vorm Sterben ein letztes Mal Sex haben. Und dann sagt sie, Tyler, nein, bist du verrückt? Ich will doch jetzt kein Sex haben. Und dann sagt er, wieso nicht? Findest du mich ekelhaft? Und die so, nein, Tyler, wir sind gerade auf der Flucht von einem Mörder. Ist mir scheißegal. Ich hab sie alle umgebracht, weil ich dich liebe. Of course, why didn't I think of it before? The forbidden zone. What's there that can help us? Have you ever heard the story of the tunnel? What tunnel? What are you talking about? When I was a kid, my father told me that children from the camp started disappearing. But later, they would reappear. This went on for several days. One day, a consular secretly followed them and discovered the kids had found an old tunnel hidden in the ground. Apparently, the tunnel led to the other side of the road. And do you know how to get to the tunnel? I only know it's in the forbidden zone, under one of the cabins. But I don't even know if the tunnel really exists. Maybe it was just a story. We don't seem to have any other options. We should go check if what you were told is true. Fine, let's get going. I hope you know how to get there. I could barely find a workshop. Don't worry. I know the way. But stay close to me. Okay. Secret Tunnel! Geheimer Tunnel! Geheimer Tunnel! Und jetzt sagt er. Maja, wusstest du eigentlich, dass ich dich schon immer besonders gern mochte? Ja, ja, Tyler. Ich mag dich auch. Nein, nein. So mei ich das nicht, Maja. Ich mein, ich mochte dich schon immer ein bisschen mehr. Wie meinst du das, Tyler? Seit wir uns kennen, hab ich mich in dich verliebt. Was war das? Hallo? Ist jemand da? Shut up, Idiot. Was ist das, äh, ist der Killer? Und hier ist uns. Der Killer? Wir würden besser hurry. Let's go. Er ist tot. Yo! Tyler, dammit! Yo, wie schnell der ist! Yo! Der Tyler ist sowas von tot. Ich mein, natürlich. Tyler ist wahrscheinlich tot. Tyler wird sich jetzt verkleiden, ne? Tyler rennt jetzt weg, um sich zu verkleiden wieder. Where did Tyler go? Er hat sich doch schon verkleidet, oder? Ich hab wirklich heute sehr wenig getrunken. Absichtlich weggelaufen, um sich jetzt umzuziehen. Die miese Ratte. Inside is lit, but the door is closed. Tyler, are you in there? Healer? Healer? Healer, du miese Sau! Jetzt, durch das Spiel hab ich auch, hab ich jetzt auch Bock bekommen, so einen richtig geilen Film zu schauen. So einen richtig geilen, generischen Highschool-Splatter-Film. Und dabei auch ein Bingo machen. Today marks one year since Jack's death. We all miss him and feel guilty, especially me. I'll never forgive myself for suggesting the prank. Maybe I should have told the police instead of claiming it was an accident. I can't stop having nightmares since it happened. Sometimes I think I should come back to this camp anymore. The longer I stay here, the worse the nightmares get. Tomorrow I'm going to suggest moving it near the lake. I'm sure the others will agree with me. Today I talked to the rest of the group about relocating the camp near the lake. Everyone thought it was a fantastic idea. So in September we'll start preparing the ground and building the new cabins. This morning my wife came to visit and I got a pleasant surprise when I saw she brought Maya with her. They're going to stay around for a couple of days. I'm sure both of them will have a great time. This afternoon Wayne tried to blow his head off. No one knew he brought a gun to camp. Spencer had been warning us for days. That Wayne's behavior was strange. Claiming he seemed depressed. So he's been keeping an eye on him. This afternoon he saw Wayne wander a bit away from camp and followed him without noticing. When he got far enough, Wayne pulled out the revolver. And he was lucky. Spencer followed him. Thanks to him, he's still alive. We all gathered to talk to him. To help him. But he needs more than our help. He also broke by Jake's death. Feeling almost as guilty as I do. A few minutes ago, the guys and I decided to close the camp and not reopen it until we move it near the lake. I think it will be good for all of us to leave this place for a while. I've stored the revolver in the safe in my cabin and notified the police to pick it up. I told him I left the combination written on a laminated card inside the well bucket. Okay, wir können eine Gun holen und uns wehren. Genau, Biene Maya. Ich meine, das ist ja vor 20 Jahren oder so passiert. Der Shit. Dass der eine gestorben ist. Und da hat irgendjemand Maya mitgebracht? Maya war damals dabei? Vielleicht kommt ein richtig wilder Plot für das Chat. Das wird irgendeine wilde familiäre Scheiße. Da ist das Safe. Jetzt müssen wir einen Well Bucket finden. Da hinten. Ich brauche etwas, um das Bucket zu retreven. Vielleicht ein Huck. Wie der, der Tod an den Pumpkin zu holen hat. Da ist vielleicht einer in der Arbeit. Gleich finden wir heraus, dass Maya eigentlich eine Biene ist. Und Tyler ist ein Grashüpfer. Scheiße. Äh, wo war denn der Weg? Ja. Hier, da ist Licht an. Das war die erste Kabine, die ich getroffen habe, getroffen habe, besucht habe, nachdem ich hier angekommen bin. Das heißt, hier muss der, hier ist es. Oder? Nee. Doch? Nee. Hä? Hier. Ich hab's. Pio, wie der Lehrer hat eine schöne Jugendherberge gefunden, wo die Klassenfahrt stattfindet. Also ich sag mal so, wenn jetzt hier nicht so ein Galgen da hängen würde, stehen würde und hier nicht so ein Pumpkin-Killer unterwegs wäre, ist es an sich doch ein schöner Ort. Also finde ich cooler Jugendherberge als da, wo ich mit der Schule war, in der Jugendherberge. Die Tür ist wieder zu, Chad. Fuck, Tyler ist da drin. Wie hätte ich das jetzt denn vermeiden können? Wie hätte ich das jetzt denn vermeiden können? Ich glaub, ich konnte gar nicht laufen, gerade. Vielleicht das Ding aus der Cabin holen, wo Todd war? Welches Ding? Ich muss doch... im Workshop die Hooks holen. Meinst du, ich soll in der Dining-Hall die Haken runterholen, die er schon benutzt hat? Kann ich den einfach so abheben? Oder hat die Todd alle noch in der Hosentasche? Ach, Beth, by the way. Grüß dich. Also die Aufgabe heißt ja auch, geh zum Workshop. Vielleicht kann ich wegrennen. Hey, Soccer. Ich guck mal, ob ich vielleicht von hinten irgendwie durchs Fenster oder so vielleicht reingreifen kann. Also die Tiefe einzuschlafen. Hm. Ich war einfach zu schnell, Chat. Ich war einfach zu schnell, der hat mich gar nicht erkannt. Der hat halt ein Pumpkin-Head auf, ne? Der hat eine behinderte Sicht. Deshalb, er hat mich gar nicht richtig erkannt. Er dachte, da bewegt sich etwas. Kurz so, was? War hier jemand? Ja, ist wie in Minecraft, genau. Er hat die Scheiß-Mod nicht, man, diese dumme Mod. So, wir holen jetzt den Revolver. Und dann geht's hier ab. Peng, peng, Alter! Es sieht aus wie der Schlüssel zu einer der Kabinen. Vielleicht da, wo gerade Licht an ist? Ich weiß nicht, wie ich den Revolver raushole. Wenn er gleich kommt. Aber in der Geschichte, die sie erzählt haben, die Hexe, die Hexe beschwört ja immer in der Nacht am 31. um Mitternacht einen Serienmörder herbei, der nicht umgebracht werden kann. Also wenn diese Geschichte stimmte, dass nicht verkleideter Tyler ist, dann bringt mir mein Revolver auch nichts. Let's... Note from Tyler. Let's go, Chad. Today marks 20 years since your death. I've been living all this time with a strong hatred in my heart. But finally, the day has come to let it all out. To avenge those who took you away from me and mom. I do this to honor your memory and moms. She took her own life shortly after you left. Now those who still survive will feel what I felt. When I snatch the lives of their children, their lives will be left in the darkness just like mine was extinguished. With love, Tyler, you always be in my heart. Okay. Also Tyler ist dann wahrscheinlich der Vater, äh, der Sohn von, ne, von dem geprankten Typen, von Jake oder wie der hieß, ne. Und deshalb war ja auch Maya da. Also die, ihre Eltern dort, ähm, sind die Eltern von den Kids, die jetzt da sind. Und Tyler schlachtet die jetzt alle ab. Hey, Maya, surprise. I see you're, uh, at last for words. Did you know it was your father who ended my father's life? I've been waiting for this day for years and it's finally here. They will finally feel what I've felt all these years and my father can rest in peace. You're sick. I'm so sick. They'll chop you into pieces with these eggs and send you home to your parents in a box. I love to see the looks on their faces when they see what's inside. You're insane. You're damn psychopath. And am I a psychopath? Your father started all this. My mother took her own life after my father's death. I became an orphan and I'm the psychopath. You've murdered your friends. They weren't guilty or for anything. Of course not. It's not personal against you guys, but against your parents. Is he just dodged? Hat er kurz'n Wupp gemacht? Hat er einen kurzen Wupp gemacht? Mit seinem Kopf? Ich hab voll gezielt auf'n Kopf. Hä? Okay, man muss vielleicht mehrere Schüsse machen. Nein, 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 nein. Oh, fast exit gedrückt. Alles wäre weg. Nein. Er klingt, er klingt, wenn er damage bekommt, klingt er so ein bisschen wie Duke Nukem. Das sind viele Wörter. Too bad. I'm not reading them. Junge, es ist zu dunkel. Dass ich jedes Mal diesen Scheiß-Text lesen muss. Ich hab voll reingelaufen. Ich stell dir vor, er ist einfach dein Sohn. Halt die Klappe. Dika! Ne, der tank wahrscheinlich nur viel, weil das ist ja so ein Horrorfilm-Bösewicht. Da braucht man immer super viel Zeug, um die zu töten. Die werden angeschossen, die werden abgestochen, die werden überfahren. This part of the floor seems more fragile than the rest. Okay. Das ist der Tunnel. Jetzt sieht das aber so ein bisschen, jetzt habe ich die Axt, jetzt sieht das so aus, als hätte ich alle abgeschlachtet. Scheiße. Was ist das denn jetzt? Chad, er lebt noch. Er lebt noch, er ist nicht tot. Er wird gleich noch mich angreifen. Das würde auch passen in so eine Art von Story. Where do you think you're going? You won't be able to get out of here. Chat ist gemein. Chat ist gemein. Chat ist gemein. Chat, das ist gemein. Ich weiß nicht, von wo der kommt. Wie ist es? Oho, Papa Tipu! Wie strebe ich dir? Oh my, Schapu, Kiki! Oh my, Schapu, Kiki! Jetzt nimm bitte ihm seine Axt weg. Bitte nimm ihm seine scheiß Axt weg. Er steht gleich wieder auf. Ich bin tot, Schapu. Ich muss über 10 Minuten gehen. Scheiße, er kommt gleich wieder. Leute, er kommt gleich wieder. Er kommt gleich mit dem Auto angefahren. Es sieht aus, dass ein Vehikel kommt. Jetzt kommt der Creep aus der Busstation. Jungen, jetzt kommt der Creep, Leute, an der Busstation. True. Thank God, I need help. What's going on? Someone has murdered my friends. What? What are you talking about? Please, I need to speak to the police. Oh my God, come on, get in the car. There is an intersection up ahead. When you get there, turn right. And about 5 kilometers away, there is a police station. Don't worry, I know the area. Thank you. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nee, das ist nicht Tyler. Das ist der von der Busstation bestimmt. Da, der wird nicht abbiegen. Er biegt nicht ab, oder? Er fährt weiter. You just missed the intersection. Hey, I'm talking to you. Das ist er. Oh, Mann, Maja. Die arme Maja. Von so einer Schlachtung geflohen, um dann halt dem Serienkiller in die Hand zu laufen. Von einem Serienkiller zum nächsten. Heißt das, dass du am Ende gestorben bist? Ich denke, sie ist tot. Ich meine, er ist der Serienkiller, weshalb ja alle sich wegsperren sollen und nicht mehr abends rausgehen sollen. Ja, das war ein lustiges Spiel. Das war cute, ja. Das war cute. Was sagt das Bingo? Wir hatten, am Ende stirbt man, I guess. Andere Lichtquelle als Taschenlampe. Stromausfall. Verfolgungsjagd. Und Jason Rico. Dankeschön für drei Monate. Vielen, vielen Dank. Gore. Das war's, ne? Ja. Ja. Nein, das ist kein Stealth-Gameplay. Stealth-Gameplay ist halt dieses Typische, dass man irgendwie irgendwo rumschleichen muss, während dann im Hintergrund der Bösewicht rumläuft und so. Das war kein Stealth-Gameplay. Ich weiß nicht, glaube ich, wie viele Jumpscares haben wir. Ich glaube, immer noch fünf, ne? Ja, Chat. Wo ist mein Handy? Ich bestelle mir mal was zu essen, Leute. Und dann machen wir das letzte Spiel. Immer noch fünf. Okay. Ja, ich gucke mal, was gerade noch offen hat. Aber ja, ich wollte heute vielleicht bestellen, weil ich wollte nach dem Stream noch mein Video weiterschneiden. damit es definitiv Sonntag fertig ist. Deshalb, ja, ich mache eine Bestellung, damit es dann gleich da ist. Jumpscares sind alle zusammen. Bestellen ist nicht im Bingo. Ich hole mir eine geile Kartoffelpizza, Chat. Ich hole mir eine geile Kartoffelpizza. Die habe ich schon lange nicht mehr. Es waren alles Teenager, also Kinder. Nein. Die waren über 20 Jahre alt. Weil die Geschichte, die die erzählt hatten mit dem Unfall, mit dem Prank und so weiter, war vor 20 Jahren. Und da haben die bereits schon gelebt, vor 20 Jahren. Das heißt, die sind jetzt irgendwo zwischen 20 und 30. Trinkst du genug? Nee, heute nicht. Das hört sich crazy an. Das ist eigentlich gar nicht so crazy. Das ist einfach Hollandaise mit Kartoffeln und Zwiebeln. Das ist eigentlich ganz geil. Gibt es bei mir auch nur eine einzige Pizzeria, die das hat. Ist ganz lecky. Ich habe mir sogar für heute Nacht chatten einen Energydrink gekauft. Heute wird die ganze Nacht durch malocht. Der Gönner, ja. Ja, ich ignoriere oft nicht, also nicht absichtlich, aber ich übersehe oft Hydration, weil ich dann ja irgendwie im Game bin oder sowas. Vor allem, wenn das irgendwie so ein Horrorgame ist oder so, bin ich einfach voll drin. Auf gar keinen Fall streame ich den Schneiderprozess. Auf gar keinen Fall. So. Okay. Ein letztes Game. Ein letztes Game, was vielleicht uns ein Bingo geben könnte. Ein letztes Game, was könnte uns ein Bingo bescheren? Nee, das war, glaube ich, ein bisschen länger. Was könnte uns davon ein Bingo bescheren? Die Bilder, die Thumbnails auf Steam sind so nichts aussagend. Ich hätte keine Ahnung, was davon uns ein Bingo bescheren könnte. Ich meine, wir brauchen ja zwei Reihen. Zwei Reihen. Stealth-Gameplay wäre halt vielleicht noch stark. Wir hätten hier ein großes Auge. Also, um das zu schaffen, bräuchten wir jetzt großes Auge und Stealth-Gameplay, ne? Am besten. In einem Spiel. Also, oder Kult-Thematik. Hier auch noch, ne? Hm. Hm. Schlechtes Voice-Acting? TV an. Geht auch. Schlechtes Voice-Acting würde uns keine Reihe bringen. TV an. Könnte auch stark sein, ne? So, machen wir das hier. Hm. Was ist das für eine Sprache, Chat? Was ist das für eine Sprache? Estland? Türkisch? Oh, jetzt ist es umgesprungen auf Deutsch. Hat mich als seinen gemanischen Gemahnen erkannt. Es war bestimmt, ja, es war türkisch bestimmt, ne? Weil es erste Sprache ist. Geschichte. Ja, inspiriert von einem erschreckenden Vorfall in der Türkei. Das Drehbuch des Spiels wurde von einem professionellen Drehbuchautor geschrieben. Hier ist die Geschichte. Zwischen 1970 und 1980, eines Abends, wurde ein Dorf, dessen Namen geheim gehalten wird, plötzlich im Nebel gehüllt. Mit dem Nebel kam eine schwarz gekleidete Gruppe, die von den Dorfbewohnern als Besucher bezeichnet wurde und fiel in das Dorf ein. Neugierig auf die Identität dieser geheimnisvollen Personen verschwanden die Dorfbewohner, die hinaustraten, um zu ermitteln, zusammen mit der Gruppe. Nach diesen Ereignissen erlebte das Dorf zahlreiche Verschwinden und Fälle von Wahnsinn. Die Mehrheit der verbleibenden Dorfbewohner verließ das Dorf. Unser Spiel folgt einem Charakter namens Batu, der dieses Dorf für Forschungszwecke besucht. Batus Leben ändert sich eines Tages mit einem mysteriösen Brief, der an seine Tür hinterlassen wurde, nachdem er ständig Albträume über ein Dorf hatte, dessen Namen er nicht kennt. Der Brief enthält nur einen schaurigen Satz. Möchten Sie Ihren Albträumenden kommen? Wir warten auf Sie. Boah, richtig schaurig, Chad. Am nächsten Tag vertieft sich das Geheimnis. Eine zweite Notiz, die an seiner Tür hinterlassen wurde, enthüllt den Namen des Dorfes Dorf Y. Aus Angst vor den Gefahren, denen er gegenüberstehen könnte, da er nicht weiß, wer ihn ruft, versammelt Batu eine Gruppe, um ins Dorf zu gehen. Jedoch, als sie sich den Grenzen des Dorfes nähren, erschreckte die Anwesenheit einer unvollheilenden Person mit einer Gasmaske das Team. Jeder außer Batu ist verängstigt. Denn Batu behauptet, er könnte den Mann nicht sehen. In der Annahme, dass seine Freunde aus Angst halluzinieren, setzt er seinen Weg fort. Nur ein Freund bleibt bei Batu, und sie machen sich gemeinsam auf den Weg ins Dorf. Im Dorf werden sie von einem gastfreundlichen Einheimischen namens Hassan willkommen geheißen. Bisher scheint alles normal. Jedoch wacht Batu nachts beim Klangen seiner eine Sirene auf und wird sehen, wie wirklich erschreckend das Dorf ist. Sein Freund liegt nicht im Bett und ist verschwunden. Wird es Batu gelingen, seinen Freund zu finden und den Geheimnissen des Dorfes zu entwirren und zu entkommen? Was zieht Batu in das Dorf? Welche Geheimnisse warten darauf, dort entdeckt zu werden? Was wird das überraschende Ende sein, das Batu in diesem Dorf voller Geheimnisse und Erschrecken erwartet? Position. Das Dorf im Spiel ist völlig real. Es wurde auf Basis eines existierenden Dorfes in der Türkei gestaltet. Die meisten Häuser im Spiel wurden speziell angefertigt, um dem realen Ort zu entsprechen. Sie können die Bilder des echten Dorfes auf unserem YouTube-Kanal sehen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir rein, ne? Um im Spiel voranzukommen, müssen sie Notizen lesen. Wieso steht die ganze Geschichte da? Weil sie geschrieben wurde von einem professionellen Autor. Hast du nicht aufgepasst? Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. weil er nicht weiß. Doch das Team sieht einen Mann mit seiner Gasmaske am Eingang des Dorfes. Nachdem sie diesen geheimnisvollen Mann gesehen haben bekommen, die die meisten des Teams angst sind, entscheiden sich das Dorf nicht zu betreten und steigen aus dem Badu an. Badu, der den Mann nicht gesehen hat, denkt, dass seine Freunde aus Angst und Halluzinationen sind und weckt fort. Badu lies schnell. Nur ein Freund bleibt bei Badu. Badu und sein Freund werden von Hasan, einem Einheimischen. Hasan bietet ihnen ein Zimmer zum Schlafen im Keller seines Hauses an. Bis zu diesem Punkt war alles normal. Bis Badu mitten in der Nacht durch das Geräusch seiner Sirenen aufwachte. Silent Hill! Silent Hill! Äh, ne, das ist ein richtiges Game. Das ist kein FMV. Asbato aufwachte sein Freund nicht im Bett. Wirst du deinen Freund finden können? Kannst du das Geheimnis des Dorfes lösen und entkommen? Ich meine, es ist eine Stadt, wo es irgendeinen Kult gibt. Oder was heißt Kult? Irgendeine Gruppe von Leuten mit schwarzen Kutten gibt. In dieser Stadt kommt ein unheimlicher Nebel. Und jetzt kommt noch eine Sirene. Ich werde dir helfen. Du musst mir vertrauen. Finde den Schlüssel und verlasse dieses Haus. Sie haben ihn nach oben gelegt. Ich habe ihn gesehen. Mein Gott, was passiert hier? Wo bin ich? Es ist ein Standbild. Nach oben gelegt? Leht gerade die Map oder so? Junge, das ist ein Big Dog. Junge, was sind diese Legs? Kann bestätigen, türkische Hunde sind so groß. Ah, okay. Zuerst solltest du das Dorf kennenlernen, nachdem du meine Notiz gelesen hast. Lege die Kassette ein und schau dir das an. Dann wirst du verstehen, warum das Dorf verlassen wurde. Wenn du die Kassette nicht anschaust, kannst du einige Codes nicht entschlüsseln. Ich bin stark, wie jetzt einfach die ganze Story, die ich gerade in einem ewig langen Text gelesen habe, jetzt mir auch im Spiel Stück für Stück erklärt wird. Die Kassette ist ein Kind. Die Kassette ist ein Kind. Die Kassette ist ein Kind. Die Ourne. Die Kassette ist ein Kind. Die Kassette ist ein Kind. Dann hals, das ist ein Kind. Die Kassette ist ein Kind. Ich bin. Unde das war, die ich schöne stifte machen. Unde das war, dass sie sich zu verpasst. Das war, was war. Dass die neueài hatten, die interessante sagen, D fandet, die dort gehen, die andere Angst, wie die andere Angst. Ich dachte, das war, die auch totalạch ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. halsche, halsche, land场, gewann die guten Tag, das kam, kam, das hatte ich so'boren, für sie Temmuz, ist ein Augustus'un einem Mund ein kurzes der Zeit, der Zeit, der Feuer, Wir müssen auch gleich irgendwelche Codes lösen und wir müssen dieses Video dafür gesehen haben, um die Codes zu verstehen. Es ist ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Wir haben vielleicht ein bisschen überraschung. Es ist das, dass wir uns nicht nachher und einige Kopenhagen haben. Das ist das, was wir nicht von uns kennengelernt haben. Ich habe mich empfangen. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr, dass ich mich nicht mehr, Es gibt einen Koffer. Das ist ein bisschen zu verletzend. Das ist ein bisschen zu verletzend. Das ist ein bisschen zu verletzend. und die Tür aufzuhalten und die Kinder zurückgebracht haben. Und dann niemand wieder zurückkehlt. Wenn die Kinder in die Stadt gehen, die die Geräte von den Säulen kommen, die die Säulen kommen, die die Säulen kommen, die die Säulen kommen, die die Säulen kommen, aber die Nacht ist wirklich ein sehr grosses Ding. Die Entwicklung denkt, das ist Kojima. Die Erinnerung ist nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, Und was ist mit dem Code? Was ist jetzt mit dem Code? Es stand auch in der Notiz, ich muss die Codes lesen. Äh, die Dinges. Äh, lege die Kassette ein und schau dir an. Dann wirst du verstehen, warum das Dorf verlassen wurde. Wenn du die Kassette nicht anschaust, kannst du einige Codes nicht entschlüsseln. Da war ein Code? Da war ein Code? Dann hast du einfach mal die ganze Story erzählt. Kinder! Es wird einfach nochmal dieselbe Story erzählt, die wir jetzt gerade gelesen hatten Jo Icarus, ciao, ciao Gute Nacht Gleiche Stark Heimisch Ich glaube, wir machen doch lieber ein anderes Spiel, oder? Ich habe die Befürchtung, das war nicht die einzige Kassette in dem Spiel, Leute Also ich finde, also ich, man merkt auf jeden Fall, dass der Batu da auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft in dieses Projekt reinfließen lassen hatte Das merkt man auf jeden Fall Dass er sich da so Mühe gemacht hat, da irgendwie was Besonderes zu machen mit den Filmen Filme aufnehmen und dass er ein türkisches Dorf hier im Spiel komplett nachgebaut hat und so Das ist schon ganz cool Aber ich glaube, für die Zeit, die wir jetzt haben Ist das vielleicht ein bisschen was zu Großes? Könnte aber vielsprechend sein Ja, das kann es sein, ja Nimm diesen Schlüssel und kehre nach Hause zurück Mit diesem Schlüssel kannst du eine der verschlossenen Türen öffnen Öffne die Truhe im Zimmer und finde heraus, was du tun musst Cooles Gamedesign Das war in den Schlüsselstadtlap Wo ist das? So, was für eine Kiste soll ich jetzt suchen hier? Hast du eine Kiste irgendwo gesehen, vorhin? Das ist nur ein Schlüssel. Lol. Öffne die Schublade und nimm den Schlüssel. Vergiss nicht alle Zimmer zu durchsuchen, du hättest nie herkommen sollen. Ich wollte dich nicht erschrecken, aber du hast nicht verstanden. Ich weiß, du fragst dich wer ich bin, aber wenn ich jetzt... Aber wir hatten auf jeden Fall ein paar Bingo-Felder, Chat. Wir haben eine Reihe geschafft. Nee, Kult-Thematik würde ich nicht anstreichen. Wir wissen, da waren einfach nur irgendwelche Leute in schwarzen Koten oder so. Aber wir wissen zu wenig davon. Ich würde das nicht markieren. Was ist mit Voice-Acting? An die Leute, die Türkisch können. War das gut ge-voice acted? Schon? Okay. Warum war die Frau nicht Protagonist? Ja. Die hat echt viel geredet. Das war halt ein normales Reden, nicht schlecht. Okay. Aber Kacke übersetzt. Okay. Jetzt machen wir das letzte Spiel, Chat. Kur-Winurra-ra. The Stalked. Wie steht hier Chat eigentlich zu Stalking? Das Gesicht ist voll smooth. Ja, das stimmt. Escape from Liam's Obsession. Kate seeks refugee in her grandpa's mansion. Strange occurrences raise questions about Liam's presence or another figure. Unraveling mysterious letters, Kate embarks on a journey seeking peace. Escape ist leider nicht da, er kann uns nicht sagen, ne? Wenn es Peter ist, ist es süß, ansonsten nicht da. Ganze Chat gerade vor deinem Fenster. Okay, gehen wir rein. Mal gucken, was das wird. Ich hoffe, es ist kein Chiller's Art-like. Wurde ich schon mal, war echt lustig. Irgendwie glaube ich dir nicht, dass du es lustig fandest. I had to break up with Liam and I hope he takes it well. Oh nein, es ist so eine Geschichte. Sie macht mit ihrem Boy Schluss und der fängt sie dann an mies zu stalken. Oh nein. Oh nein. Liam liebt sie einfach nur sehr, ja. Liam mag sie. Ja, was ist das für ein geiler Kamin, holy shit. Was ist das denn? Jo, ich will auch so einen Kamin. Jo, I need to make some food. I'm hungry. Ich auch. Da sind ja geile Minecraft-Blöcke hier. Wir haben leider kein geiler Kamin als Feld. Nee. Oh, wildes Haus. Mmh, lecker Luft. Mmh. Oh, schmeckt das gut. Oh, das riecht schon so lecker, man. Ich freue mich. Ah, okay, wir haben hier was. Organic Food. Ah. Who would be knocking on my door at this hour? Und der hat sogar die chillersartfeile, ja. Who is there? Hey, honey, can I come in? Ah, Liam, I told you it's over, so no. You can't come in. Come on, you can't just leave me like that. I love you more than anything. It's over, Liam. Just go home. Open the door gate. No, I'm not opening the door. I don't love you anymore, Liam. You'll be mine again soon. Freak. Ja, er macht das alles nur aus Liebe. Sounds like he walked away. Thank God. Food should be ready now. Also, ich sag mal so, dieses Haus, diese Wohnung ist echt nicht das perfekte Gebäude, wenn es darum geht, nicht gestalkt zu werden. Obwohl, es ist recht hoch. Ja, das lädt halt ein zum Stalken. Junge, du siehst ja alles hier. Von allen Seiten... Moment. Achso, okay. Also, ich mein, an sich schon an sich geil, so eine riesige Fensterfront zu haben. Ist bestimmt ziemlich lästig, das alles immer sauber zu machen. Äh, aber an sich geil, sowas zu haben. Aber kann halt jeder... Vielleicht sitzt da hinten irgendein Creep in dem Haus und guckt da mit so einem Binokular hier rüber. Während du heute hier eine runterholst. Above, calm myself down a bit, would be great right now. Wer so eine Wohnung hat, putzt die Fenster nicht mehr selbst. Ja, das stimmt wohl. Guck mal, hier ist noch mehr. Noch mehr Glas. Junge, du kannst ja nirgends wo... Die hat auch gar keine Vorhänge oder so. Ja, so ein, okay, so ein weißes. Jo, der Fernseher. Alter. Wie reich muss ich sein, um mir sowas zu leisten? Jo, okay, was ist dieses Badezimmer? Ach du Scheiße, was war das? Schlafzimmer. Schlafzimmer. Du hast, du hast... Und sie sagt nein. Und du dann dir denkst, hey, wenn ich jetzt ein Stein durch ihr Fenster werfe, dann wird sie bestimmt mir eine Chance geben. Genauso funktioniert das. Genau so funktioniert das. No, no, I gotta leave before he does something worse. Was? 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 Der klassische Lier-Moment, ja. So wie wir ihn mögen und lieben, ne? Ja, dieses Auto! Was? Was? Grandpa holt die Pullen! Hol die Kopf! Hallo, Grandpa, I need your help. Hey Kate, what's going on? Liam broke into my apartment and chased me. I barely got away and now I'm trying... And I'm a car with nowhere to go. That's horrible. Are you okay? Did he hurt you or something? No, I got away before he could do something, but I'm terrified he will find me. Okay, I assume you're looking for a place to stay for a while. Yes. You can come live with me for as long as you need. However, I'm going to be out on a business trip for one week. Dann kann ich auch warner sein. That's fine. It's still gonna be safer than staying here. Can I go there right now? Yes, I sent you the address. The key to my house is in Flower Pot. Also, remember to keep the doors locked. And if you need to go outside, you can always check the peephole first. Okay, thanks again, Grandpa. You are a lifesaver. No problem. I hope all goes well. And don't hesitate to call me again. Wait till you have trouble. Digga. 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 Holy shit. Das war eine close call. Danke Gott, ich habe es geschafft. Liam wird nicht mehr finden. Ich habe mich endlich frei von der Toxik-Relationship. Das war weird, unangenehm, Mann. Schauspieler? Müsst ihr mir genauer anschauen. Der sieht for real aus wie der Typ, der mich gestalkt hat. Ach du Scheiße. Oh nein, hat Liam geschafft, mich hier zu folgen? Das ist ein anderes. Ich bin jetzt zu Paranoid. Natürlich, es ist nicht ihm, wahrscheinlich nur ein Freund. Ich hoffe, das Spiel löst nicht bei dir irgendwas aus, Mann. Ich hoffe, das triggert nicht bei dir was. Irgendein Trauma, Mann. Deshalb, pass auf dich auf, Mann. Wenn das jetzt so weitergeht, so weird. Nein, nein, wir gehen nicht zur Polizei. Wir gehen zu Grandpa. Grandpa ist rich. Grandpa ist rich und versteckt seine Schlüssel unter einem fucking Blumenpot. Hä? Wieso? Ach so, unter dem wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Moment. 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 Diane hat sich hier umgebracht. Wenn ihr vorher nicht da wart, Chat, das zweite Spiel, was wir heute gespielt haben, fand in demselben Haus statt. Hä? 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 so paar Jahre dann, äh, davor noch, bevor hier die Hexen gewütet haben und, äh, Diana sich selbst umgebracht hat. Das sind sogar dieselben Uhren, Chat. Aber die Küche ist jetzt hier. Die Küche war woanders. Und die haben hier die Koffer aufgeräumt. Was? Die standen in dem anderen, in dem anderen Spiel ein bisschen schief hier. Ja, deshalb hatte Grandpa das Haus. Ja, das Haus gab's für Lau. Hangly, gibt's hier kein Cody. Neues Standardhaus. Just dropped, ja. Ja, das ist unser neues Standardhaus für Horrorspiele. Und hier ist keine Tür. Das Bett ist das gleiche. Hier lag ein Zettel. Der Zettel ist weg. Yo, Drifter. Ciao, ciao. Gute Nacht. Find the Bedroom. Ja, ist das, ist das doch, oder? Oder Stuttgart? Doch, ja, okay. Es ist Tag. Die hat bis 3.55 Uhr geschlafen. Diese reichen Leute. Oh, die steht direkt auf, ohne TikToks zu schauen? It's Grandpa. Is Grandpa home already? Als ob die so stark ist. Ah, wieso liegt da ein Brief? Das ist bestimmt nicht die Stromrechnung für Opa. Dearest, new resident of this mansion. I'm the previous owner of this mansion and you are the person I have been looking for. I hope to see you stick around for a while. I'm sure we will get along just fine. I'll be watching you. Watching me? That's strange, but to say it at least. I need to get going to the store before it gets dark, though. Let's be careful. Nette Nachbarn! Nette Nachbarn, ja. Schicke Kalle. Alter. Du meinst, Grandpa liegt schon irgendwo in der Grube? Ah, der ist doch auf einem Business-Business-Trip. Ich muss mal die Kategorie noch kurz ändern. Hat er eigentlich keine Freunde oder so? All seine Freunde, die er hatte, waren an ihr gekoppelt. Wenn er sie verliert, verliert er alles. What's that? Some kind of paper? Und das ist jetzt wichtig, oder was? Hä? Wohnst du in der Gegend, wo Papier so ungewöhnlich auf dem Boden ist? Wow, it's creepy. How similar she looks to me. Ashley missing sins, okay? Please help us bring Ashley home. If you have any information, even the smallest detail, contact the police. Your assistance could make all the difference. Oh, Chad. Das wird bestimmt so eine ekelhafte Scheiße, wo am Ende der eigentliche, der eigentliche Arschloch, der Liam zum Held gemacht wird. Und dann verlieben sie sich wieder. Weil jetzt kriegt sie es mit irgendeinem richtig kranken Typen zu tun, der schon irgendein Girl hier vor ihr schon mal was mit ihr gemacht hatte. Gekippt, umgebracht, was auch immer. Deshalb sieht er sie so ähnlich. Und der Brief, den wir gerade bekommen haben, ist von einer ganz anderen Person. Und am Ende wird Liam sie retten. Oh, hi there. Haven't you seen here before? Are you the new? Yes, I just moved in. Where do you live? I don't feel comfortable telling you that. Are you alone? I'm in a hurry. Sorry, I gotta go. Bruh. Imagine, du hast gerade so Probleme mit stalking. Und dann kommst du in den Laden rein. Und das sind die Fragen, die du gestellt bekommst. Kommst du von hier? Bist du alleine? Wie lange bist du eigentlich noch alleine? Kannst du mir da eine Adresse geben? Ja, die heißt Kate, nicht Maya. Alter, sicker Bird. Guck dir so einen sicken Bird an. Was kaufen wir denn jetzt so schön ist hier ein? Einmal alles mitnehmen. Ich bin reich. Das Senfregal wird leergeräumt. Heute Abend bade ich den Senf. Ich bin reich. Ich kann mir das leisten. Ja, ich kann irgendwie nichts kaufen. Oh, da oben. War's das? Fresh Cola. F-f-f-fresh Cola. No. Serious? Wein. Heute wird es aber wirklich gegönnt. Heute wird in Senf gebadet und Wein getrunken. Hello, is it all? Yes. All right. The total is 22.50. Thank you for shopping here. Also, I can tell you you're new to the area. How long are you staying for? No problem. I'm not sure yet. Not too long, I would assume. All right. Have a good day. And here are your groceries. Thank you. Okay. Keiner da, ne? I have my 9mm. Oh my God! You know, a young, beautiful lady like you shouldn't be out all alone like this. What do you want? I do have some wishes, but I think it's best they remain unspoken. Be careful and don't let me catch you all alone again. I don't need your warnings. Respect my space and stay away. We have the 7 jumpscares, okay. Can you buy me a taser, please? Let's not forget the groceries in the car. Let's not forget call the police, alter. Boah, dann siehst du das, wenn du durch deinen Scheiß, äh, Schlüsselloch schaust. Junge, wenn da hinten jemand zwischen den Bäumen steht, würde mich so mies einscheißen. Da müsste einfach nur jemand stehen. Oh. Er müsste nicht mal irgendwas wollen. Oder so. Er müsste nicht mal irgendwas wollen. Er müsste einfach nur da stehen. Und ich würde mein Leben lang Angst haben. You look beautiful in the store today. Can't wait to see you again. Getting closer. I'm soon here. There. Or what if I'm already there? There. Polizei-Anruf-Simulator. Let's go. Irgendwo verstecken. I'm here. Er lügt, oder? Check the door. Oh nein, Jet. Oh nein. Oh nein, ich gucke jetzt rein, okay. 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 Niemand da. Oh nein, ich gucke jetzt rein, okay. 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 war das schon immer kaputt ist er jetzt eingebrochen hat von meinem großpapa den den sessel kaputt gemacht ich habe keine andere dort mehr zum checken das ist ja gar nicht nur ob ich habe eine objektion oben rechts oben steht check the door hier ist die resident congratulations on settling in you may believe this mansion is your refugee but every step you take reveals a deeper game i'm with you in every choice every move there is no escape from becoming mine just getting out of hand i need to drive away and call the police before ach jetzt kommt die polizei ins spiel wo auch immer du bist ich habe eine schrotflinte in meiner hand hast du das gehört da steht ein anderes auto da steht ein auto in meinem auto wächst gras verdammt sehr überzeugend ich kann sehr gut waffen geräusche not now start start perfekt er hat mein auto kaputt gemacht dieses miese schwein perfekt something is really wrong i have to get inside and call the cops light bright now die ganze setzte sekunde eins machen müssen ich habe nur mein butterbrot vergessen ich komme gleich wieder raus mit meiner shotgun holte police dicker ich habe das ding in der hand okay jetzt schrot dankeschön für den sub vielen vielen dank 9-1-1 what's your emergency hi i need help i've been receiving threatening messages letters and texts i'm really scared i'm here to help you can you please provide your location i am at it's urgent i understand i'm dispatching officers to your location right away can you describe the nature of the threats they've been watching me the messages are getting more intense please hurry stay on the line with me help is on the way in the meantime try to find a safe and secure location within your home and make sure to lock your doors the officer should be there soon the officer should be there soon the officer should be there soon officers will be there any second now it appears that everything is under control now our officers apprehended a man in a white van outside your residence we are bringing him in for questioning if something else happens don't hesitate to call us take care thank you for your help i'll be sure to reach out if something else happens what a relief i never thought it would i would feel safe again but maybe things can get back to normal now it should be safe now let's head to the basement outside and restore the power also also ich würde jetzt hochgehen in mein zimmer gehen und vor meine tür alle möbel stellen dass niemand da reinkommt und die ganze restliche nacht weinen scheiß auf strom der keller ist schon offen der geld wo sind ihre freunde jetzt ist eine reiche schnösel tante alter die hat keine freunde bestimmt alle hassen sie wegen dem geld ich glaube mein essen ist da ich höre draußen auto oder ist das leben die 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 The power should be backed on now. Wie wäre es, wenn ich die Kellertür zumache und wir übernachten im Keller? Okay, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Okay, I think of sweat, let's take a bath before I go to sleep. Digga, was für Baden, dann stinkst du mal eine Nacht ein bisschen nach Schweiß. Wie entspannt die Frau ist. Ich würde da durchdrehen, das letzte Wort ich denken würde ist baden. Okay, finally, a moment of peace. But why would this stranger go so far from me? Whatever, it's over now. I'm so exhausted that I'm hearing things now. Let's just go to bed. Ja, das war kein echtes Fotoapparat-Geräusch, oder? Das war kein echtes. Das war die seltene südaustralische Zikade. Die macht immer, ihr Zirpen klingt immer wie so ein Fotoapparat. um genauer zu sein wie eine Canon EOS 650. Ah, das Knatschen, das ist ein ganz normales Knatschen. Altes Haus. Boah, Chat, ich weiß nicht. Offene Tür oder geschlossene Tür? Wenn sie geschlossen ist, dann höre ich ja, wenn jemand reinkommt. Aber wenn sie zu ist, dann sehe ich nicht, dass jemand vor der Tür steht. Boah, aber das Bett ist auch so scheiße positioniert, ne? Du guckst die ganze Zeit auf die offene Tür, auf das Fenster. Mach Flur Licht an, ja, ist an. Licht wird hier gar nicht mehr ausgemacht in diesem Haus. What is that noise? Er lebt in meinen Wänden. Sounds like it's coming from the storage room. It's Cody. Was hat die denn für ein krasses Gehör, dass sie hören kann, dass es genau irgendwo am Ende des Hauses irgendwo auf der anderen Seite ist? Dass sie nicht sagen, ja, es kommt von unten. Sondern nein, es kommt aus dem storage room. Es war nur ein Nightmare. Alles gut, Chad. War nur ein dober Traum. Das ist ein beschissener Gedanke. Die schiebt sich jetzt das selbst in die Schuhe. Die gibt sich jetzt selbst die Schuld. Die Tür ist offen? gewesen? Nee, ne? Ich hab sie grad aufgemacht. Ja, gleich ist es wirklich so, dieses Chillers Art Game. Das war alles inszeniert von Liam. Chat, rufen wir ihn an oder nicht? Rein da? Nee? Ja. Nein. Nein, nein. Nicht anrufen. Scheiß drauf, ruf an. Doch. Nicht anrufen. Bin schon neugierig, ne? Ich bin auch schon ein bisschen neugierig. Vielleicht eine kleine Drohung raushauen? Ich will das Bad End sehen. Wieso willst du das Bad End sehen? Okay, eins in Chat ja, zwei in Chat nein. Das ist ziemlich ausgeglichen. Zwei in fünfzig Prozent, ja. Ja, der kann auch gar nicht rangehen. Der sitzt gerade im Knast. Dieses miese Schwein. Stark, jetzt haben wir so eine Entscheidung hier gemacht mit Poll und so und es ist eigentlich komplett irrelevant. Something looks off about that book. History of Art Grandpa? Grandpa? Opie? Das ist das, was wir gefunden hatten. Den Zettel. While authorities continue to search for leads, they urge anyone with information to come forward and assist in the search of Ashley, where she was last seen. Perfekt, sie wurde hier zuletzt gesehen in diesem Haus. Und jetzt finden wir einen geheimen Bunker. Look, honey, we made the news. Pretty cool, right? Ach du Scheiße. I can't replace you, Ashley. There is no one that is special as you. Why did you force me to do this? I never wanted to harm you. My fault? How is it my fault? How is it my fault? I didn't want it to end like this. You left me with no other options. What the fuck did I do? How am I gonna live on without you? What is the point of all this? I'm typing to a dead person. I would do anything to get you back. Am I dreaming? I swear, that is you. She looks just like you. Have you come back to me ten years later? Oh, das ist jetzt von heute. Also, was heißt von heute? Jetzt von gestern. She's just as beautiful as you were. She has to become mine. She will. No matter what. I can't let her run away from me like you once did. Ach du Scheiße, ihr Kopf. Why would you want to leave me? I have done nothing but be good to you. Whatever. It doesn't matter anymore. You are never leaving me again now. It's probably about time. I talk to Grandpa about what's going on here. This is crazy. Familie, wieso ist es im Haus von Grandpa? Is Grandpa der Freak? Aber Grandpa weiß ja, wie sie aussieht. Wenn er solche Briefe dort schreibt, ja, ich suche nach einem Ersatz und so. Er weiß doch, wie sie aussieht. Yes, has something happened. A lot is happening. I received the creepy letters and have been followed by someone I don't think is Liam. I called the police and they arrested a suspicious individual lurking around the house. But when I thought it was all over, I found a strange hidden room in your house that contained some psychotic things, to say the least. What? This is insane. Maybe the police arrested the guy leaving the letters in the hidden room? I have lived there for 10 years and never seen that. I'll be cutting this business trip short and coming home ASAP. I can't stand not being able to help you. I would like to think they arrested him. But what if they didn't? What if he's still out there? What if they arrested someone who got set up? It makes me so uneasy, just thinking about it. What do you remember about the person you bought this place from? Oh, Chad. Chad. Der Typ ist noch auf freiem Fuß. Aber gestern Abend war Liam vor meiner Haustür bestimmt. Die haben Liam bestimmt erwischt. That could definitely be the case. I remember that his wife had recently gone missing without a trace. It was the talk of town for quite a while. And his name is... Are you serious? My phone ran out of battery and I didn't have time to bring my charger with me. Let's go find a flashlight in case I need one later. I think I remember seeing one in the basement. Also, an der Stelle würde ich vielleicht mit dem Haustelefon die Polizei anrufen? Gibt's hier kein Haustelefon? Ja, aber sie hat ja keinen Charger. Sie hat es nicht mitgebracht. Sie kann ihr Handy nicht aufladen. Das Auto ist auf jeden Fall weg, der Van. Ja, und deshalb habe ich ein Haustelefon. Genau wegen solchen Momenten, ja? Nur wegen solchen Momenten habe ich zu Hause ein Haustelefon, okay? Mir kann sowas nicht passieren. Ihr nennt mich Boomer. Ich nenne mich Survivalist. Oh mein, du scheiß Vogel war ja riesig, Alter. Halbe Dinosaurier. Schmachti, Dankeschön für elf Monate. Wieso war das Ding so riesig? Scheiße, hab die Tür nicht zugemacht. Ja, Papa, Großvater hat immer Gewehre gesammelt, Alter. Wo ist sein John Wick Schrank? Das ist ein Schlüssel. Lass mitnehmen. Kann ich nicht. Opa war schon immer so ein kleiner, kleiner, schlimmer Maul. There is nothing of use in here. Also, gehen wir jetzt einfach so rein? There is to be grandpa, right? Das ist nicht Opi. Das ist nicht unser Opi. Das ist nicht unser Opi. Weil ich ja weiß, dass das nicht unser Opa ist, ne? Christian? Möchtest du auch ein Sandwich? Mit Schinken? Okay, ich mach dir alles mit Schinken, Christian. Okay, Christian? Jetzt denkt er, ich bin nicht alleine. Das ist der Typ vom Parkplatz. Hi, sorry if I've scared you. I just had to come clean about something. Of course you did. You are the creep that talked to me earlier outside the convenience store. What do you want to come clean about? I know it was creepy, but it wasn't my idea. Liam told me to do it in hopes that you would take him back to feel safe again. I was supposed to take it a step further now, but I couldn't do it. I felt so sorry for you. It all makes a lot more sense now. Thank you for telling me. I still don't feel safe around you. Can you leave me now, please? Yes, of course. I'm sorry again. Liam schickt seine Scheißfreunde vor. So ein Versager. So ein Loser. Es ist auch immer Nacht. Der Creeper hat den Tag mit sich mitgenommen. Really? It's night already? Tja. Achso, wir lassen jetzt diesen Creepy-Bunker. Lassen wir jetzt einfach so. Wir reden nicht mehr darüber, wir gehen jetzt schlafen. Stark. Stark. Boah, das wäre jetzt so wild, Chad. Wenn er hier stehen würde. Zack, er steht hier. Boah. Einkotung. Did, 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 did come from the bedroom door? Okay, oder er steht direkt auf der anderen Seite schon. Ah. 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 you thought this was over you feel helpless now don't you your car doesn't work your phone is dead the police think they got the person behind this and you don't know where i am there is nothing that can't stop me anymore yeah that's it for today we see us tomorrow again um 15 my nest is there Vielen Dank. What do I do? I know if I follow down the other path I saw when I first got here, maybe I can find some neighbors that can help me. You want to go out in the woods? What would you do? 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 so ein Haus an. Wieso steht hier ein Auto? Wir steigen hier ein. Hier. Digga, hier ist der. Das ist definitiv Liam's car. Moment, Liam? Wieso ist Liam's Auto hier? Oh, Chad, das sieht er nicht kommen. Ich gehe durch seinen Secret-Eingang, gehe ich rein. Und der weiß das gar nicht. Weil er denkt, oh, ich bin im Haus. Dich kriege ich, du kleine Schlampe. Blatt. Da ist Liam. Liam ist tot. Das ist Liam. Was ist mit dir? Aber warum würde jemand das mit dir tun? Ich bin tot, Chad. Können wir jetzt, also an dem Punkt können wir den Stream eigentlich beenden, ne? Also, wie es jetzt weiter geht, ist eigentlich uninteressant, oder? Liam ist tot. Happy End. Happy End. Wen hat die Polizei bitte erwischt? Ja, das, was sie ja schon auch vermutet hatte, dass er vielleicht jemanden vorgeschickt hatte. Quasi eine falsche Fährte gelegt hatte. Press Shift to Sprint. Boah, hier ist Ashley. Hier ist Ashley. I think these are Ashleys remains. What a sick and twisted individual her husband is. I don't even want to know, what he would do to me. Ja, das, das würde mit ihr auch passieren. Wäre Liam jetzt nicht da, wo er ist. Aber zum Glück ist Liam tot. Happy End. Also, hier komme ich jetzt wieder zurück ins Haus, ne? Oh mein Gott. Das war der fucking Typ in der Kasse. Mit dem geilen Bart. Ich habe noch sein Bart so gelobt. Hey, I couldn't wait anymore. I need you now. My new Ashley. So, it was you who has been sending the letters. I know I look similar to your ex-wife, but it doesn't mean I can replace her. I don't care. How you look is more than enough. Come here. I have been waiting for you so long for this. No, I have to run before it's too late. Police. Oh, yo, we're going to get a SWAT and I dig up. The police arrived on the scene just in time, thanks to Grandpa. He hurried back home after the abrupt ending to Kate's phone call with him. When he arrived home, he realized that Kate was nowhere to be seen. he got a sinking gut feeling that the worst might have happened. Das habe ich mir auch gerade noch im letzten Moment gedacht, so von wegen, stimmt, wieso hat eigentlich Opa nicht einfach die Polizei gerufen? Aber ja, Opa hat's gemacht. Direkt durchgezogen. Er hat sogar direkt ganz oben angerufen, beim Präsidenten. Mr. President, mein Kleines ist in Gefahr. Und dann kam die direkt mit Militär und so an. He called the police instantly and they made it just in time. The relief of, the relief Grandpa felt after the news was like nothing else. What happened to everyone else involved? The man in the white van said that his reasoning for being outside Kate's home was because he saw a stranger following her home from the store. Of course, the police didn't believe him when they saw no one else was there. But when the news broke free about this, the police realized their mistake and that he had actually been telling the truth. He was released on the same day. Liam's accomplice was never seen again after the incident. The psychopath who killed his ex-wife Ashley, Liam and almost Kate ended up getting sentenced to life in prison. Kate is doing her best to recover from the incident, but it's difficult. At night, she often hears those daunting knocks on her bedroom door, disrupting her attempts to sleep. Throughout every day, she finds herself checking behind and scanning every corner, consumed by fear and paranoia. Das wäre vielleicht etwas, was ein Mensch machen würde und vielleicht so reagieren würde, aber unsere Kate, das passt nicht zu unserer Kate. Unsere Kate würde nach diesem Vorfall nachts nach draußen gehen, in den Wald, in den Keller, weil der Generator ist ausgegangen. Thanks for playing. Okay. Aber ja, Liam war also da. Liam wollte, hat sie gefunden, wollte, vielleicht wollte er sogar ihr helfen, aber ist auch scheißegal. Besser beide weg, Liam und der andere. Liam hätte sich vielleicht in die Richtung entwickeln können, wie der andere Typ da. Lieber beide weg. Welch mit beiden? Erstmal baden mit allen Türen offen. Ich fand das erste Spiel doch immer am stärksten. Das Schinkern-Spiel von Chilas Art heute? War aber besser als Chilas Art. Ja, Chilas Art hat ja so ein ähnliches Spiel mit Dingens gemacht, mit Stalking. Aber was das hier besser hinbekommen hat, das Spiel, das Spiel hat halt dem Spiel ein bisschen Zeit gelassen und halt das Spiel atmen lassen, sagen wir unter uns Horror-Konnoisseuren. Das Stalking-Spiel von Chilas Art mit diesem komischen Typen, mit dieser VTuberin und so, das war halt so gerusht leider. Das war halt einfach Trash. Das war schon ein bisschen besser auf jeden Fall. Ich fand das hier vom Gruselfaktor her am besten. Es war schon eine sehr unangenehme Art von Spiel. Das war schon eine sehr unangenehme Art von Spiel. Chat, wir haben sieben Jumpscares. Digga, das kann doch nicht sein. Wir haben fast das ganze Bingo gemacht und keine zwei reingeschafft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben von 25 Feldern, was voll stark eigentlich ist, aber einfach keine zwei Reihen. Keine zwei Reihen. Wir hatten Folterthematik mit angekettneten Leichen im ersten Bingo-Game. Die hingen einfach nur kopfüber in einem Sack. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt Folterthematik ist. Stalking gleich großes Auge. Sehr bedrückend und die Jumpscares waren gut platziert. Also ich als Zuschauer wurde schon gefoltert. Ja, da waren Handschellen halt. Ja, in dem Keller waren Handschellen und so, aber das war es. Da war jetzt nicht irgendwie so ein Stuhl mit so Stacheln oder sonst was. Keine Ahnung. Irgendwie irgendwelche Foltermethoden. Da war ja irgendwie gar nichts. Da waren ja einfach nur Ketten und dann hingen halt gleich an der Decke. Ja, ja, eine Reihe haben wir, aber leider keine zweite. Kein Asylum gefunden. Keine großen Augen. Ja, Voice-Acting hatten wir heute kaum gehabt. Ja, doch zwei Spiele mit Voice-Acting. Drei. Ne, zwei doch. Zwei, ja. Wo ist die Reihe? Ja, hier unten. Die haben wir geschafft. Aber das Kultdorf. Ne, Kultdorf wollte ich nicht markieren, weil wir haben das Spiel fünf Minuten gespielt. Wir wissen nicht mal, ob das überhaupt ein Kult ist oder so. Wir wissen nur, da ist einfach irgendeine Stadt, wo Menschen verschwunden sind und da sind irgendwelche Leute mit schwarzen Kutten unterwegs. Aber ob das ein Kult ist, ob das kein Kult ist, wir wissen gar nichts davon. Wir haben fünf Minuten uns zugeschaut, wie eine türkische Frau einen ewig langen Monolog geführt hat und das war's. Das war's. Mehr wissen wir davon nicht. So, das ist ja mega dumm, wenn ich jetzt durchgehe und ich hole mir jetzt irgendwie zehn Spiele, zehn Horrorspiele und dann gehe ich schnell alle durch, spiele nur fünf Minuten und farm das Bingo ab. Wir brauchen schon eine feste Bestätigung, dass es ein Kult ist. Was heißt Stealth-Gameplay? Äh, sowas wie Outlast oder so. Dass du immer irgendwo dich verstecken musst, schleichen musst oder so. Dann kommt da irgendein Monster oder was heißt, irgendwelche Freaks oder so jagen dich, du musst dich verstecken vor denen oder so. Kann man Stalking nicht als Folter sehen? Nein. Schlechtes Voice-Acting trotzdem drin. Wir hatten kein schlechtes Voice-Acting. Mit dem Mikro als Stealth. Nein. Also ja, Chat. Sorry, ich hätte auch gerne ein Bingo gehabt. Aber wir haben es nicht geschafft. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal.